Moin zu einer neuen Corner. Wir sind im wunderbaren Stuttgart in der baden-württembergischen Hauptstadt. Mit dabei ein fantastischer Gast. Er ist YouTuber, Streamer und... Na, es ist ja auch, du hast... Es ist ja eigentlich auch eine eigene... Was ist man dann? Darsteller einer Webserie. Das ist ja... Du hast ja deine eigene Webserie, moderierst du ja. Sascha Eilinger. Sascha, was geht? Hallo. Hallo, Anni, deine Cam. Deine Cam juckt ja gar nicht. Du kannst in die gucken. Hallo, Saschas Cam. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alles gut. Ich finde, den Bildungsauftrag mit zur Hauptstadt von Baden-Württemberg hast du jetzt schon erfüllt. Alles erfüllt, alles erfüllt. Aber jetzt können wir so eine Talfahrt einfach starten. Jetzt geht's richtig rund, ja. So, wir dürfen auch nicht rauchen, wurde mir gesagt. Dafür danke ich mich nochmal recht herzlich. Aber ich hab ja aufgehört. Ja, hast du noch nie geraucht. Nee, ein bisschen. Überlegen wir jetzt hier noch für das Ambiente einfach noch einen Aschenbecher. Wäre Wahnsinn gewesen. Stell dir vor, so Aschenbecher und dann noch so zwei Zigarren drin. Ich sag dir ehrlich, bei der Wohnungsbesichtigung hier, wenn es der Vermieter sieht, ich weiß nicht, ob der das wusste, hat die Maklerin gemeint, wenn du rauchen willst, kannst du auch hier drin rauchen. Das ist kein Problem. Ehrlich? Wirklich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht und ich war sofort so, auch selbst als Raucher, wer in seiner eigenen Wohnung raucht. Nee, das macht man nicht. Also ich, ich meine, ich muss da auch sagen, große Mehrkulpe, ich rauche leider immer noch. Oder, äh... Hast du erfolgreich wieder angefangen? Erfolgreich wieder angefangen, erfolgreich wieder durchgestartet. Aber ich würde auch nie im Leben in der Wohnung rauchen. Gut, in der Stuttgarter Wohnung musste ich immer im Fenster rauchen, weil ich keinen Balkon hatte. Jetzt habe ich einen Balkon. Und jetzt pass auf, falls du dich an die erste Wohnung erinnerst, wo ich gewohnt habe, mit Alex, auch in der Küche geraucht. Ja, weiß man, wo die war? Hast du das öffentlich mal erzählt? Nee, aber... Aber es war nicht weit weg von der Wohnung, wo ich war. Genau, wir haben quasi in der selben Straße gewohnt. Ja, aber halt zeitlich versetzt. Ja, das stimmt. So, als ich dann, als ich quasi nach Stuttgart kam, du warst da witzigerweise einer meiner ersten Kontakte. Da bin ich immer noch dankbar für, weil, äh, ich weiß nicht, du hattest das damals irgendwie mitgekriegt oder kurz vorher bist du mir irgendwie reingefolgt. Äh, und dann, ähm, hatten wir so ein bisschen geschrieben und da erinnere ich mich noch dran und das habe ich dir immer hoch angerechnet, hast du gesagt, äh, wenn du irgendwas brauchst in Stuttgart, kannst du immer Bescheid sagen. Und du kanntest mich ja kaum. So, und das war, ich fand, das war, das war... Aber ich frage, ja, ich weiß aber auch gar nicht, ich weiß nicht, aber man müsste sich bei demjenigen bedanken oder bei derjenigen, über die ich die Information bekommen habe. Ich glaube Kevin. Müsste Kevin gewesen sein. Kevin? Hat Kevin dir das geplagt? Ich weiß nicht. Irgendjemand muss dir erzählen oder hat dir auf jeden Fall gesteckt, dass ich nach Stuttgart komme? Ey, das weiß ich leider gar nicht mehr. Da musst du halt reinziehen, das war halt, äh, ist über drei Jahre her, ne? Ja. Wie ist es für dich? Würdest du immer Stuttgart bleiben? Äh, ich glaube, es gibt zwei Städte, in denen ich mir vorstellen könnte zu leben. Ehrlich? Ja, äh, aber auch nur, wenn ich aus Stuttgart jetzt raus müsste. Ja. Das wäre Hamburg. Ja, ja. Weil da viel sitzt. Check ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, Hamburg wird sich auch nochmal richtig krass was hin entwickeln. Könnt mir vorstellen, dass nochmal Szene so ein bisschen moved von Köln nach Hamburg. Ja, ich weiß nicht. In Köln hast du halt schon immer alles, ne? Ja, an sich ja, aber ich habe so ein bisschen, so ein bisschen im Hintergrund habe ich so das Gefühl, dass alle so ein bisschen Bock kriegen auf Hamburg. Ja, Hamburg ist geil. Hamburg ist auch geil. Und die zweite Stadt wäre, und ich glaube, das kann kaum einer nachvollziehen, das wäre München. Wirklich? Ja. Ich finde München, München ist also, gut, jetzt Szene betrachtet, ist München dead. Und das finde ich geil. Ja, aber guck mal, ihr seid ja auch relativ für euch in Stuttgart. Hier ist ja auch nicht wahnsinnig viel. Aber ihr bildet ja quasi so ein bisschen auch mit dieses Viereck, was so durch Deutschland geht. Und man würde ja denken, okay, die Hauptmetropolen bilden so die Hauptszenen, also du hast halt Hamburg, Köln, München, Berlin. Aber statt München ist es halt irgendwie Stuttgart durch euch. Ja, ich bin mir auch gerade gar nicht sicher. München wohnt zum Beispiel. Moji. Moji wohnt da. Da wohnen aber noch ein paar mehr. Die hat man einfach nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, aber da ist halt dann auch wirklich schon wieder dünn. Also mir fallen jetzt keine weiter. Ich weiß noch, eine Streamerin. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit 11. Minus 11? Willst du, warte mal kurz kurz. Ich finde das so geil. Willst du eigentlich nicht lieber einen Stuhl haben? Weil manchmal, also sicher, weil dann setze ich doch einfach hier so mäßig zwischen die Kameras, weil sonst stehst du vor der Softbox. Ah ja, stimmt. Stimmt. Guter Call. Ja. Ja, stopp den Stuhl. Grab den Stuhl da vorne. Wir sind ja tatsächlich einfach für den Dreh jetzt nach Stuttgart gefahren. Ich muss noch eine Sache loswerden. Ja. Und dafür muss ich euch danken. Weil euer Konzept ist ja eigentlich, dass ihr euch irgendwo raussetzt. Also alle Folgen, die ich gesehen habe, waren ja draußen. Ja. Das heißt, ich habe gesehen, Daniel Slump saß draußen. In der Kälte. In der Kälte im Kalten Koblenz. Und dann hast du ja gefragt, ob wir drehen können. Und ich meinte so gerne, aber bitte, bitte lass nicht raus. Da habe ich gesagt, Hallas ist okay. Und jetzt fühle ich mich wirklich privilegiert, dass ich hier sitze. Auch noch bei mir zu Hause auf dem Sofa. Wir kommen so extra. Es ist wie so, wir sind quasi wie so ein Lieferservice für Videodrehs, Alter. Wir kommen extra zu dir nach Hause und machen das mit dir. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich Montel noch nie so nahe gefühlt. Warum? Ja, weil Leute zu mir nach Hause kommen. Musst du sonst mal losfahren oder was? Ja, meistens ist ja irgendwo. Ich meine, du bist ja gerade sowieso viel unterwegs. Ja. Thema Baller League. Ja. Es geht gerade übel viel ab. Du kommst gerade aus Köln. Eigentlich Quatsch, dass wir hier gekommen sind. Wir hätten es auch in Köln machen können. Aber es ist deine gewohnte Umgebung. Es ist eigentlich, ich finde es tatsächlich geiler, wenn wir zu den Creatern hinfahren und so in deren Heimatumgebung quasi immer drehen. Das stimmt, ja. Das macht schon viel aus. Das ist schon cool. Deswegen, das ist ja auch diese freie Option, dass wir normalerweise diese Campingstühle haben, die jetzt im Kofferraum liegen. Aber dass wir normalerweise Campingstühle haben und dann uns immer so geile Spots aussuchen können von den jeweiligen Creatern in ihren Heimatstätten. Man muss aber auch dazu sagen, als ich dieses Format angefangen habe, habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwann mal Winter wird. Aber wir sind halt stabil geblieben. Wir haben gesagt, ey, wir drehen dann weiterhin draußen. Außer halt bei denen, die halt sagen, okay, ich bin dabei, aber auf gar keinen Fall drehe ich draußen. Ja, wir hätten in Stuttgart, ich glaube, das kennst du ja auch, so Bärensee, Bärenschloss, da hätten wir hingehen können. Wunderbar. Wunderschön. Aber jetzt so bei der Kälte vor allem. Solitude. Solitude auch gut, aber ich finde es zu überlaufen. Am Schloss kannst du es nicht direkt machen. Ja, voll, voll. Aber. So ist Santiago de Chile Platz, aber es ist auch zu überlaufen. Ja. Aber es gibt schon, also man muss sagen, Santiago de Chile. Noch nie gehört, ist er in Stuttgart? Ja. Bruder, er ist einer der bekannteren Plätze. Das war, glaube ich, einer der ersten Plätze, die mir gezeigt wurden in Stuttgart. Wo ist er denn? In Stuttgart, Bruder. Ja, ey. Ist es in der Nähe vom Marienplatz? Ist das, äh, ich glaube, ist es, ich glaube, ist es Ost? Ich glaube, es ist Stuttgart Ost? Ich weiß das nicht. Ist Stadion in der Nähe? Nee, nein, 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 nein. Ich glaube, wenn man Richtung Osten fährt, ist es auch irgendwann ein Stadion. Ja, ja, Cannstatt. Ja, genau. Aber Stuttgart ist generell ja jetzt erstens klein. Ja. Also es ist so zusammengedrückt. Da fühlt sich das an durch den Kessel. Ja. Das ist auch so eigentlich krass. Ich bin mal mit jemandem durch Stuttgart gelaufen. Und da waren wir in der Innenstadt und der hat so dann eine Straße entlang geschaut. Bei dem Super, bei dem Laden oder Market ist der andere, ist so ein Schuhladen und Klamottenladen. In der Nähe von Nico und Tim vom Office. Ja, okay. Und wenn du da quasi die Straße entlang schaust, siehst du, wie der Berg hochgeht. Weil Stuttgart ja am Kessel liegt. Und er meinte, es sieht ein bisschen aus wie Inception. Und ich finde, seitdem der das gesagt hat, wenn du ab und zu mal durch Stuttgart läufst, auch Königsstraße. Ja. Und dann mal so rechts zwischen so Häusern vorbeischaust und so siehst, wie die Stadt so hoch geht. Ich finde das schon schön. Ich finde, das hat schon was. Ja, aber das ist auch fast das einzig Schöne an Stuttgart. Ja. Ich finde, Stuttgart, das ist, aber für mich halt ist es geil. Weil Stuttgart bietet jetzt nicht viel. Aber ich brauche ja auch im Prinzip nicht viel. So die Wohnung hier ist alles geil. Ich bin hier gerne. Ich bin nicht so weit vom Flughafen entfernt. Aber ich check auch, warum du in Stuttgart bleibst. Weil es einfach so, das ist ja deine Home-Connection so. Das ist einfach so das, wo du herkommst. Das ist, da muss man gar nicht mal unbedingt. Also ich finde, man muss sich nicht erklären dafür, dass man in der Stadt wohnt, wo man wohnt. Wenn es einem einfach gefällt, dann passt auch sowieso alles. Beispielsweise Köln. Bruder, sind wir ehrlich, nicht die schönste Stadt. Aber die ganzen Leute machen es halt geil. Die Leute sind halt cool drauf in Köln. Deswegen finde ich Köln als Stadt schon attraktiv. Aber auch jetzt nur für diese Altersspanne so Anfang 20 bis Ende 20. Und dann sage ich mir auch, ich sage dir ehrlich, vor 30 habe ich mir gesagt, haue ich wieder in den Norden ab. Gehe ich wieder in Hamburg oder so. Ja, der Norden ist auch schon, da ist schon vieles schön einfach. Das ist was Eigenes. Ich habe halt München genannt, weil München halt einerseits schön ist. Du hast Seen. Ich liebe Wintersport, das heißt, ich bin auch schon in den Bergen. Muss man sagen. Also man kann München wirklich viel nachsagen. Ja, so Schickeria. Leute, vielleicht ein bisschen komisch so hier und da. Aber wunderschöne Stadt, Alter. Ja. Wunderschöne Stadt. Also das können die Bayern. Ja, voll. Auch guter Flughafen, auch wenn der am Arsch der Welt ist. Das ist so mäßig ein bisschen wie Berlin. Stimmt, ist der nicht irgendwie nur so eine Stunde raus oder andere Stoffe raus? Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist auch richtig ein Quatsch. Das ist wirklich schlimm. So Hamburg ist relativ nah dran. Hamburg ist geil. Hamburg Flughafen ist so geil. Digga, welcher Flughafen mega easy ist? Köln-Bonn. War ich noch nie. Wie ist der? Erzähl mir ein bisschen was davon. Köln-Bonn ist auch ein relativ kleiner Flughafen. Einer der wenigen, die Nachtflugerlaubnis haben. Und ich wohne halt direkt in der Flugschneise. Ist aber nicht schlimm, weil bei mir ist es gut isoliert. Aber ich glaube, ey, was fährt man vom Flughafen normalerweise mit der S-Bahn, Shorty? Ey. 20 Minuten. 20, 30 Minuten bis in der Stunde. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Das ist ultra geil. Und Berlin. Berlin ist grundsätzlich schon mal viel zu riesig. Aber die haben jetzt diesen neuen Flughafen. Was heißt Helden? Aber das Millionengrab. Hier, BER. Schönefeld, ne? Ich wechsle es immer mit Schönefeld von Marcel. Casino. Ich glaube, es ist sogar eine... Es müsste sogar Schönefeld die Ecke sein. Ja, ich meine, BER ist Schönefeld. Ehrlich? Wirklich? Es gab doch Tegel. Tegel haben sich nicht gemacht. Ich will jetzt auch Funk hier nicht ans Bein pissen mit dem Bildungsauftrag. Aber ich meine, es müsste es sein. Nein, ich bin da schon ab und zu gewesen. Shorty kann immer... Das Gute ist, dass ich Shorty jetzt habe. Shorty kann immer nebenbei googeln. Shorty. Hardfax. Shorty. Shorty on the phone. Ja. Er kann immer nachschauen. Immer für mich. Das steht auch in seinem Reisepass. S-H-A-W-T-Y. Ja. Shorty. Shorty. Also es gibt einen Flughafen Berlin Schönefeld. Ja, ja. Der ist immer da gewesen. Aber der ist doch immer da gewesen, oder nicht? Aber BER ist doch kein Anbau. BER wurde ja gebaut. Das ist ja genau das Grab, ja. Ja, aber Schönefeld war doch schon, ist doch schon viel länger da. Oh Henke, das ist, ähm, das ist, ich weiß nicht, das sind nicht Themen, über die ich sonst in meinem Alltag rede. Also gut, ist jetzt auch nicht unbedingt in meiner Expertise. Aber was ist eigentlich aus Tegel geworden? Tegel ist zu. Ja, aber genau, was machen die jetzt da gerade? Ist es so eine Ausstellung, Kunstausstellung? Keiner weiß. Reißen die es ab? Was ist mit Tegel? Mal, keine Ahnung, kann man jemand Bezug nehmen darauf? Ich weiß nicht, was mit Tegel ist. Also Tempelhof ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit zu. Das haben sie ja so verallgemeinert. Ja. Da können ja alle rauf. Sehr geil. Da haben so kleine Gärten hingebaut, so Gemeingärten, dass sie da ein bisschen rumschaufeln können. Aber Tegel, meine ich, war mein Stand ab BER zu. Aber ich bin auch noch von Tegel teilweise geflogen. Müsst ja, aber der ist zu. Ich glaube, ich habe irgendjemand mal drüber gesprochen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was... Tegel war dann eher so Inlandsgeschichten. Ich meine, ich bin damals Tegel, äh, von Tegel nach Wien geflogen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich bin mir das auch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, ja, Tegel ist doch alles geflogen. Ja, ehrlich? Ja. Aber das ist der Schönefeld, Schönefeld ist auch immer alles geflogen. B, also ich habe erst Schönefeld angeflogen, als Tegel dich gemacht hat. Sonst bin ich nie in Schönefeld gelandet, nie. Ja, Schönefeld war immer, also wenn wir so Kreta-Urlaub gemacht haben und sowas, dann sind wir manchmal von Schönefeld geflogen. Oh, okay. Weil Berlin ist jetzt auch so, Lübeck-Berlin ist nicht so eine allzu lange Strecke. Wie lange fährt man denn, von jetzt, von Lübeck nach Berlin? Von Lübeck nach Berlin? Drei Stunden. Oh, okay. Also ich bin jetzt, äh, letztens drei Stunden Berlin-Lübeck gefahren. Na, Shorty? Du guckst hier und setzt jetzt ein Fact. Berlin-Brandenburg ist der BER-Flughafen. Ach, Berlin-Brandenburg. Berlin-Brandenburg, ja. Okay, und dann was, warum habe ich Schönefeld im Kopf gehabt? Schönefeld ist aber auch auf der Ecke. Den gibt es auch. Den gibt es auch, ja. Der ist aber schon, das war immer der Größere. Wir reichen das einfach im Fact-Check nach. Wir reichen, wir machen einen Fact-Check, ja, wir machen einen Fact-Check. Machen wir einfach so. Krass. Ja, wir können alles machen. Berlin-Brandenburg, klar. Machen wir eine kleine Einblendung. Seht ihr jetzt hier? Super. Ey, ganz ehrlich. Muss ich mich drum kümmern. Musst du, kannst du machen. Nee, äh, krass, ganz, ganz krass. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Städte, wo du wohnen könntest. Könnte man so ein Städte, machen wir ein Metropol-Städte-Ranking. Okay. Pass auf, was nehmen wir alles rein? Hast du einen Stift hier? Nee. Scheiße. Wir denken es uns. Okay. Also, wir nehmen, wir nehmen Hamburg, Berlin, Köln, München, Stuttgart. Wollen wir noch Frankfurt reinnehmen, Alter? Ja, dann haben wir Frankfurt direkt als letztes. Frankfurt ist dann, haben wir schon den letzten Platz gesichert. Ja. So. Dann würde ich, also ich würde auf die Eins, von denen würde ich Hamburg setzen. Okay. Dann würde ich Köln. Ja. Dann kommt für mich, boah, Stuttgart, glaube ich, Stuttgart oder München. Stuttgart, München teilen sich ziemlich die Plätze. Ja, ich finde, ja, ist fair. Und Schlusslichter für mich sind Berlin und Frankfurt, weil ich finde Berlin wirklich scheiße. Ich habe zu Berlin, da war ich ja auch mal vor Jahren ein bisschen öfter. Ich weiß, dass Berlin auf jeden Fall einen auffressen kann, dass er eigentlich auch zu groß ist. Und ich könnte mir jetzt nicht so vorstellen, wirklich auf Dauer zu wohnen, weil halt einfach, das ist halt das Geile, wenn du einen Überblick über eine Stadt hast und du weißt, wo alles ist. Das kannst du ja in Berlin prinzipiell auch, weil ja die meisten, glaube ich, nur in ihrem Bezirk unterwegs sind. Die fahren gar nicht jetzt diese Strecke, die ich jetzt zum Beispiel fahre, wenn ich da bin, zum Besuch. Aber trotzdem würde ich auch Berlin weiter nach hinten setzen, auch wenn da geile Leute sind wie Paul beispielsweise oder Alex ist ja auch nach Berlin gezogen. Stimmt. Und da sind noch ein paar Freunde, aber prinzipiell würde ich auch nach ganz vorne setzen. München, Stuttgart, Hamburg, dann kommt Köln, dann kommt Berlin und dann kommt Frankfurt. Magst du Köln nicht so gerne? Ich finde, das Ding ist, in Köln, in Mark Eggers liebe ich ja, wie übegeil. Viele Projekte, die wir hatten oder Drehs generell mit den Allerjutsten, waren ja immer in Köln, weil da hat sich studiotechnisch einfach am meisten angeboten und waren am attraktivsten. Wobei, dumm gesagt, das hat man ja gar nicht auf dem Schirm, die meisten von den Allerjutsten kommen aus Stuttgart. Nico, Tim und ich. Stimmt. Ja, genau. Wo wohnt Ron denn? Ron ist Berlin. Ah, okay, Berliner. Genau. Ammar Hamburger. Marc. Sebastian, Köln. Marc und Sebastian, ja, stimmt. Ja, aber wir sind trotzdem meistens nach Köln gefahren, weil es halt bessere Infrastruktur hat für Drehs. Voll, ja. Wir hatten ein Video da mit Models angefragt. So, in Stuttgart hast du zwar auch was davon, also hast du auch Models da und Agenturen, aber in Köln ist es halt einfach breiter gefächert, sag ich mal. Von wo arbeitet denn Join aus? Wo sitzen die? Sitzen die in Berlin oder München? Das ist doch, ist doch, äh. Boah, das ist gefährliches Halbwissen, was ich jetzt antworten würde. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, aber Join gehört doch zu diesem Kosmos so ProSiebenSat1, oder nicht? So, dann muss es ja theoretisch entweder München oder Berlin sein. Mein erster Gedanke war München. Ja. Da sitzt ja viel, viel von denen sitzt ja in München. Schaudi hat geschaut, Schaudi hat geniegt. Wo sitzen die? Das ist München. München? Das ist München, ja. Minger. Join. Du machst viel mit Join gerade. Du hast, äh, die Allerjutsten ist, äh, ist passiert. Ist passiert, haben wir gerade Pause, ja. Habt ihr gerade Pause? Ja. Ist da schon ein Lichtblick, wann es weitergehen könnte? Ja, wir haben jetzt in der Gruppe, also es wurde ja weitergearbeitet, auch in der Pause, von Sascha, der ja auch zuständig ist für das Allerjutsten-Projekt, für die Leute, die Sascha nicht kennen. Ist ein jahrelanger Freund von mir und von Nico unter anderem. Hab ich ja auch hier noch kennengelernt. Genau, du kennst ihn ja auch, ist ein geiler Typ. Ja, mega. Und ich meine, jetzt wurde heute erst wieder in der Gruppe geschrieben, äh, wann die nächsten Drehs sind und ich meine auch, dass die nächsten Drehs noch im Februar sind. Ähm, wann, wie viel Zeit ist quasi zwischen den Drehs gewesen, bis es rauskam? Unterschiedlich. Es gab Videos, da hatten die Karte auf jeden Fall mehr Zeitdruck, aber ich würde jetzt einfach schätzen, zwei Wochen. Was? Ja. Ehrlich, so kurz. Also kann man, kann man sogar fast bald, möglicherweise mit dem Allerjutsten-Comeback wieder rechnen? Vielleicht. Ich will dich nicht, kann ich dich noch festnageln? Nee, schwer, oder? Also, sagen wir es mal so. Ja. Ohne Puffer machen, also ohne Puffer kommen keine Videos. Das heißt, wir müssten erstmal vorarbeiten, viel vorproduzieren und dann würden wieder Videos online kommen. Möglicherweise dann, ja. Genau. Okay, okay, okay. Aber man kann drauf hoffen. Dazu gibt es noch, was du jetzt auch noch neu gerade rausbringst, was gerade läuft. Habe ich die Folge mit Krokoboss gesehen. Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter des Monats. Fand ich, habe ich sehr gefeiert. Finde ich geil. Dazu gibt es noch eine geile Geschichte. Marc, der das Ganze mitdreht, also Marc und Leander sind die zwei Kameramänner der ganzen Serie. Die schneiden das auch, liebe Grüße gehen raus, die schneiden auch gerade wirklich, ich glaube in der Woche so 120 Stunden. Alter. Ja. Die kamen noch auf die Idee, dass wir es Steve Jobs nennen. Und ich war noch beim, ich war kurz vor beantragen, dass ich in meinem Reisepass einen Künstlernamen bekomme, der Steve heißt. Dann hätte ich mich auf Instagram für eine Woche umbenannt in Steve, also Sascha Steve Hellinger. Boah, Junge. Wir hätten noch eine Webseite aufgebaut. Ich wäre dann zum Rathaus gefahren und hätte quasi eine Stunde mit denen mich unterhalten müssen. Das wäre komplett hart gewesen. Und dann wäre halt nur kurz für die erste Folge fürs Intro der Gag gewesen, dass ich mich halt in Steve ungenannt habe, nur weil der Name so geil ist. Und dann wussten wir aber auch recht schnell nach einer Woche, okay, also das würde halt Apple nicht cool finden und wir würden halt die härteste Abmahnung bekommen. Ist eventuell den Aufwand auch nicht unbedingt wert dann. Na, für den Joke ist es schon geil, aber wenn du dir überlegst, TryMax wurde, ich glaube Max wurde ja für seinen Merch auch abgemahnt, wegen TryMax und iMac und allem. Wirklich? Ja, ja, wirklich, das ist kein Scherz. Also, auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine, da ist so in die Richtung etwas passiert. Das ist ja gottlos. Ja. Wie scheiße. Übel scheiße. Hä? Aber wenn ich überlege, ich glaube, ich hätte nicht mal, aufgrund des krassen Mehraufwands hätte ich keinen Bock draus, das zu bewerkstelligen. Alter, mit Eintragen im Reisepass. Ja. Was hast du dir dabei gedacht, Alter? Ja, das wäre, also meine Mom arbeitet ja im Rathaus. Ah, smart. Deswegen, so die Connection wäre da gewesen. Auch die Frau, mit der ich mich unterhalten hätte müssen für den Namen, die kenne ich halt auch schon ewig, weil die auch schon lange da arbeitet. Die kennt mich, seitdem ich klein bin. Und die meinte, das kriegt man schon irgendwie hin. Ist jetzt nicht ganz so leicht und man muss es auch wirklich. gut für argumentieren. Das Management hätte noch einen netten Brief geschrieben, aber mit Ach und Krach hätten wir es hinbekommen. Aber es ist jetzt Mitarbeiter des Monats geworden und es war auch ein krasses Projekt. Was kommen da noch für Jobs zu? Kann man das schon sagen? Wann kommt denn das hier raus? Nächste Woche. Also nächste Woche, es kommt, heute haben wir den 31. Dann haben wir den 31. Was haben wir heute überhaupt für den Tag? Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Es kommt nächste Woche Sonntag raus. Ah, okay, ja. Dann ist es entspannt. Ich glaube, jetzt am Sonntag kommt auf meinem YouTube-Kanal eine Folge, da war ich Feuerkünstler. Feuerkünstler? Bist du auch in verschiedenen Ländern dafür, ne? Ja, genau. Sechs Länder. Also ich war in sechs Ländern und habe sechs Jobs ausgeübt. Okay, also wo warst du überall, kann man das schon sagen? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Österreich? Österreich? Ja, genau. Deutschland war die erste Folge. Ja. Zweite Folge war Österreich mit Paul, Kanalreiniger. Ja, das war geil. Geil. Aber der hat das übel enjoyed, oder? Ey, der war da unten zu Hause. Ich sag euch, es dauert nicht mehr lang, dass es Paul unten in den Kanalen zieht. Aber ich glaube, es ging auch nicht mehr tiefer. Also der ist ja sowieso in der Komplett Schemmung, gerade mit seinem Leak-Grind. Ja. Deswegen, ich glaube, der kam mal raus. Der hat immer was gemacht, was anderes gesehen. Auch mal am Kanal ein bisschen rumwühlen. Ja, das war schon geil. Nee, auf jeden Fall Feuerkünstler ist in Frankreich. Die vierte Folge, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist Bergführer in Andorra. In Andorra? Ja. Das ist doch fast schon ein Zwergstaat. Richtig klein. Zwergstaat zwischen, wer es nicht weiß, jetzt Bildungsauftrag, Funk. Zwergstaat zwischen Spanien und Frankreich. Ja, in den Bergen gelegen. Ich habe den krass, wir sind irgendwie nachts angekommen. Ich hatte den krassesten Sternenhimmel, den ich jemals in der Leben gesehen habe. Das ist schön, oder? Das ist brutal schön. Und auch lohnenswert für viele Leute, die da Alkohol und Zigaretten und generell Klamotten kaufen wollen. Weil die Steuer ist da quasi, das ist gering. Ich glaube auch, dass du als Selbstständiger, da soll es da ganz attraktiv sein. Ich habe auf jeden Fall von so E-Sportlern gehört, dass da viele E-Sportler wohnen. Also aus dem Französisch-Sprachigen. Voll. Ja, wenn, keine Ahnung, andere Inseln, sage ich mal, zu weit wechseln, dann kann man auch mal in die Berge ziehen. Ja, kann man mal in die Berge nach Andorra. Sind das Pyrenäen, ja, ne? Müsste Pyrenäen sein. Bildungsauftakt vollends erfüllt, wir brauchen keinen Fake-Check. Nee, du bist da, wo du bist bei Funk einfach goldrichtig. Ich bin der gottverdammte Fake-Check an sich. Ey, Funk, wenn ihr nicht einmal pro Woche Henke schreibt, danke, dass du da bist, dann weiß ich auch nicht, also warum. Es ist wichtig, dass du es sagst, ja. Ja, weil ich habe es noch zu wenig, dein Spaß, ich habe es noch zu wenig gehört. Ja, das nächste Land, danach, nach Andorra, ist England. England, Britain. Weißt du, was du da machst? Hast du es schon verraten? Nee, aber wer das Intro sieht, kann es sich da denken, ne? Also da, ich weiß nicht, wie das Intro sieht. Nee, da bin ich in, ist nicht schlimm, da bin ich in sehr schick gekleidet. Oh, dann wird es wahrscheinlich sowas so, darf ich ein Guest machen? Ja, klar. Wird wahrscheinlich so Butler-mäßig sein, ne? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und das letzte Land ist Lettland. Lettland? Ja. Was macht man in Lettland? Tja, das wird auch wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall ein Highlight der ganzen Serie. Okay. Ist das das Grand Final quasi? Ja, ja, also Kanalreiniger war schon, fand ich, auch von den Bildern einfach krass. Ja. Aber ich glaube, die krassesten Bilder, natürlich in den Bergen, wunderschön, aber so von den Eindrücken her, ist das letzte Land mit dem Gast, der auch da ist, halt. Vor allem, du sagtest, ursprünglich sollte das Kanalreiniger-Ding ja mit Marc Gebauer sein, ne? Genau. Digga, als ich diesen Trailer gesehen habe, wie so, ja, Marc hat leider irgendwie keine Zeit oder was auch immer, wo du das so anmoderiert hast, und auf einmal setzt sich Kroko dahin. Hart. Ich schwöre, ich habe den kompletten Shit verloren. Ich dachte, nein. Ey, wir müssen ganz kurz nochmal über den Job reden. Ja. Also, dass Paul das durchgezogen hat, war ja wirklich nur möglich, weil die Leute, die da arbeiten, richtig Gas gegeben haben. Der ist von allem her, der ist ja zwei Meter sieben groß, der ist zwei Meter breit. Mhm. Das ist wirklich ein richtiger Mensch. Ja. So wirklich, an dem ist richtig viel dran, so, ne? Eine Gewalt von Mensch. Eine Gewalt von Mensch. Ja. Und es gibt ja, wir waren in einem recht großen Kanal, der war ja wirklich riesig, und die meinten, die Kanäle in Wien, das ist ja eine wahnsinnig viel Kilometerstrecke, ne? Und da gibt es ja auch wirklich kleine Kanäle, und da musst du so auf deinen, also da musst du schon wirklich runtergehen, um den zu reinigen. Also, er hätte da nicht mal reingepasst. Nicht mal, wenn er jetzt auf den Knien da durchgegangen wäre oder so, das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen war er ja relativ lucky, dass er dann den Kanal bekommen hat. Da waren wir doch sehr lucky, ja. Also, olle Pauli, stell dir vor, du steckst in so einen Kanal rein, da kommt er nicht mal raus, ey. Ja, vor allem ist es ein Wahnsinns, also wirklich ein Wahnsinnsjob. Auch Knochenjob, ne? Voll. Aber da muss man, da muss man abgehärtet sein. Also, wenn du so, wenn du so in den Kanal reingehst, so erstmal mit den Gerüchen, alles, was du da findest. Ich, ich, es gibt ja so Jobs, da erlebst du ja den absurdesten Scheiß, immer wenn du da, wo du den nicht unbedingt erwartest. Ich glaube so, was auch noch so ein Thema ist, so Busfahrer, ich glaube, die erleben auch viel Crazy-Shit. Bahnfahrer. Bahnfahrer. Bahnfahrer, Rezeptionisten. Ja. Ich glaube, also, was ich noch sage, ich habe einen Kumpel, Kumpel der Polizisten, so, ich habe ein paar Homies aus der Heimat, die so Polizisten sind. Bro, was die auch teilweise für ein, also die Leute sind verrückt, die Leute sind verrückt geworden teilweise. Ja. Was die für Crazy-Shit erleben. Vor allem, ich glaube, durch Corona ist ja nochmal schlimmer geworden. Ja, ja, klar. Ja. Also, das ist das absurdeste Zeug. Vor allem sind es immer die Geschichten, wo du dann, wo die zum Einsatz gerufen werden. Da ruft dann irgendwer an, ja, Krach aus der Wohnung. Und dann sind da irgendwelche, sind die da auf irgendwelchen Fetisch-Partys so auf einmal und so ein Scheiß. Weißt du, so völlig random Shit. Ja. Aber das ist, ich glaube, das ist dann der Großstadt-Content. Weißt du, wo dann so eine Millionstadt, so Berlin, ich glaube, in Berlin als Polizist bist du völlig drüber. Da erlebst du alles. Ja. Ich meine ja auch, zu Corona-Zeiten ist ja, wenn du nicht zu Hause fahren konntest, hast dir einfach einen Airbnb geholt. Ehrlich so, oder? Ja. Oder ich habe mir auch sagen lassen, dass es manche Leute gibt, die haben dann einfach in manchen Hotels, die sehr teuer sind, da sind ja die Suiten immer in einer Etage, dann sind schon mal nicht so viele Zimmer da. Und dann kannst du ja, wenn du viel Kohle hast, die Suiten einfach oben buchen, gibst halt irgendeinen Namen an, von einem, der halt auch kommt, das nicht mal weiß, kommst unten an, auf einmal hast du eine Suite, du pennst da nicht mal. Und dann hast du halt auch da ein bisschen während Corona was machen können. Da hat ein bisschen was stattgefunden. Ja. Ist aber natürlich alles im Konjunktiv, ne? Hätte man machen können, hat keiner gemacht. Hat nie mal. Keiner, den wir jetzt kennen. Ich habe akut kein Beispiel. Ich habe akut kein Geld dafür. So, wenn du dir überlegst, wie viel das kosten muss. So, das ist ja wahnsinnig viel Geld, einfach dafür, dass du da drei Tage lang dann irgendwie ungestört was machen kannst mit ein paar mehr Leuten. Was kostet so ein teures Hotel? Kann ja, kann man schon mal so, bist du ein Düsenjäger? Ich sage mehr. Ich sage, bei so einem teuren Hotel in Berlin, bist du zwei, zweieinhalb los für eine große Suite. Pro Nacht vermute ich. So, jetzt beispielsweise Waldorf? Das weiß ich nicht. Da müssten wir Leute fragen, die da mal Musikvideos gedreht haben. Oder ich war noch nie im Waldorf Astoria. Ich kenne wirklich nur den Namen von so Rap-Videos, aber selber gewesen war ich. Ich glaube, wer war denn da von YouTubern? Also, ich meine, ist Monte nicht immer da? Marcel war da. Nicht immer, aber der war da mal. Marcel war da. Ich meine Justin. Ja. Und sonst von Content Creator Wise. Ich kenne nur das Musikvideo noch von Bones und Raph. Ich kenne auch einen, der da Haushochboot hat. Sag mal, wir piepen. Ja? Ja. Aber Leute können ja Lippen lesen. Machst du so. Das ist ja... Der darf er anscheinend nicht mehr rein. Ehrlich. Ehrlich. Ey, scheiße. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja viele Hotels in Berlin, weißt du? Ja, na klar. Da gibt es viele Optionen. Da kann man ausweichen. Ist nicht schlimm. Voll. Oh Gott, weißt du, was er veranstaltet hat? Ne, hab ich nicht nachgefragt. Da hatte ich Angst vor der Frage. Ja, ich glaube, das ist dann auch einfach okay. Man tut es ab. Ist okay. Ja. Ist in Ordnung. Das akzeptiert man einfach, ohne weiter drauf einzugehen. Das ist völlig in Ordnung. Könntest du dir einen der Berufe, die du jetzt gemacht hast da, ja? Könntest du dir in irgendeiner Art und Weise in einem Paralleluniversum einen von denen vorstellen zu machen, so langfristig? Wenn du sagst so, in einem anderen Leben, wer weiß, da könnte Sascha der Kanalreiniger existieren. Also Kanalreiniger, kann ich dir jetzt schon mal sagen, fällt direkt raus. Fällt raus? Ey, ich sag euch ehrlich, das war wirklich, ich war da unten und meine Laune war ja auch wirklich schlecht. Was ja auch okay ist, würde ich es behaupten. Ich meine einen Job, auch der Feuerkünstler, der es mir gezeigt hat, der war 43 und hat das angefangen, da war der 19. Also, der war richtig am Start und das hast du dem auch logischerweise angesehen, dass der halt Profi ist. Also dafür ist mein Zug auch schon abgefahren. Das ist so ein Ding, wo ich mich frage, wie kommst du darauf, Feuerkünstler zu werden? Muss er aus so einer Artistenfamilie sein? Nee, hat er erzählt. Ich glaube, es hat angefangen mit einem Kampfsport, dann irgendwie zusammen mit Schwertern, dass du quasi wie so eine Kunst ausübst und dann fängst du halt auch irgendwann mal an, dass halt auch das Schwert am Ende brennen könnte ja in der Theorie. Natürlich, klar. Und dann kannst du ja sowieso schon akrobatisch ein bisschen mehr und ein paar Kunststücke und dann führt, glaube ich, das eine zum anderen. Dinger. Ja, ist Wahnsinn. Ich kenne mich nie auf die Idee. Ist wirklich Wahnsinn. Aber wenn ich einen Job ausübe, also es gibt zwei Jobs, die würde ich wahrscheinlich machen. Das wäre einmal der letzte in Lettland, den wir gemacht haben. Ja, kann man auch nicht sagen, was es war. Es hat was mit Musik zu tun. Musik? Ja, ja. Und der erste Job Auktionator, Hard of Hard, war auch cool. Aber ist geil eigentlich. Es ist auch cool. So vor allem die Jungs, die mir das gezeigt haben. Der Christoph Bouillon. Wo warst du da? In Stuttgart. In Stuttgart. Okay. Und der Fabio, die waren auch schon sehr cool. Also würde ich auf jeden Fall auch machen. Das Einzige, da musst du halt wirklich fit sein. Das hat man im Video, glaube ich, gar nicht so gesehen. Ist halt wirklich Wahnsinn. An der Seite sitzen dann drei bis vier Leute, die am Telefon hängen. Im Raum waren ein paar Leute. Jetzt bei mir waren nicht so viele da, weil halt die interessanten Auktionen, glaube ich, ein paar Tage zuvor da waren. Oder wo wirklich viel los ist. Und du hast halt vor dir vier oder fünf Bildschirme. Und auf jedem Bildschirm passiert was, weil jeder Bildschirm steht noch für ein anderes Online-Portal, wo Leute mitbieten können. Auf deinem Hauptbildschirm hast du quasi noch, jetzt kommt die Härte, auf deinem Hauptbildschirm hast du noch Gebote, die davor jemand abgegeben hat, bis zu seinem letzten Preis. Und die musst du auch noch quasi immer vorlesen. Dann liest du, glaube ich, in zehn Prozent Schritten vor. Also musst halt da auch so ein bisschen fit sein. Dann musst du den Typ beachten, der ja sowieso noch im Internet am Start ist und ein Gebot gegeben hat, bis hierhin und nicht weiter. Und dann, das ist schon... Ich unterschätze das übel. Ich dachte es einfach nur, ja, der bietet drauf, der bietet drauf, der bietet drauf. Ja, ich bin mir auch sicher, dass die bei mir, ich glaube, das waren Gemälde. Und weil die wussten, dass ich da da bin, haben die dieses Gemälde extra niedriger reingesetzt, damit auch viele Leute halt bieten. Weil ich glaube, das Startgebot für das Gemälde war irgendwie 300. Und es ging am Ende für, ich meine, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, über 3000 Euro weg. Und da war ich auch nur am Zahlen raushauen und am hinten schauen, ob die sagen, ja, ja, passt. Oder ob ich irgendwo daneben lag. Weil auch einer im Internet hat, glaube ich, bis 2800 Euro mitgeboten, dann liest du den auch vor. Und dann im Saal meldet sich noch einer am Saal, auch noch einer am Telefon, guckt hektisch rum, hebt noch die Hand, so, ich bin dabei. Aber das sind so Sachen, die man gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, so erstmal Auktionator zu sein, aber dass das auch nochmal so, dass da so eine richtige eigene Welt hinter ist. Eigentlich ist es so viel, man denkt sich immer viel banaler hin, aber es ist ja dann überaufwendig. Ja, voll. So, es hängt ja Rattenschwanz dran. Ja. Ja, aber ich glaube, wir alle, es ist ein geiles Format, auf YouTube kommt es super an, wir sind super dankbar. Ich glaube auch, das Feedback von Join war auch sehr positiv, aber wenn die sechs Folgen dann mal raus sind, dann sind wir auch, glaube ich, ganz happy, weil das Projekt hat angefangen, ich glaube im November, und wenn man sich überlegt, ey, im Januar kamen die ersten Folgen. Ja. Ey, das ist einfach, für so eine Produktion ist es keine Zeit, so. Ich bin auch nur, wenn ich hier zu Hause bin, auch unterwegs, die ganze Zeit am Sachen abnehmen, wir schauen uns das an, wir geben Feedback, Musik, Zoom hier, Musik da weg, vielleicht da noch was vorschneiden. Marc und Leander sitzen in München, die sehen ja nur das Schnittprogramm. Du bist selber auch richtig krass in der Postproduktion mit eingebunden. Ja. Also wie ist quasi so der Ablauf? Es werden diese Drehtermine gesetzt? Ja. Dann gehst du da hin? Ja. Du weißt nicht, was vorher passiert? Nee, nee, nee. Geht man davon aus? Nee, nee, genau. Es war davor die Option, dass ich Mitspracherecht bekomme und ich habe zu allem Nein gesagt, ich will von wirklich nichts wissen. Also ich wusste ja am Flughafen nicht woher, ich wusste im Auto nicht woher. Aber du hast es so Bedingungen gesetzt, dass du sagst, okay, solche Sachen, wenn du sagst, okay, aber ich habe Höhenangst, ich hätte jetzt keinen Bock irgendwie als Techniker da auf so ein Windrad hochzusteigen oder sowas. Höhenangst hatte ich genannt, haben die drauf geschissen. Ich hatte Glück, dass der Job in Barcelona abgesagt wurde mit Fensterputzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hatte ich richtig Glück. Aber ja, genau, dann Drehtermine dahin, überall. Ja. Jetzt dann im Nachhinein noch in München die Studioaufnahmen gemacht, auch mit den drei Gästen, die am Start waren. Das sind dann quasi so die, wie nennt man denn sowas? Nicht B-Rolls, aber es ist so, keine Ahnung, die stimmen dazu. Also du kannst ja, da habt ihr quasi dann so anmoderierte Parts, wo du dann quasi im Studio sitzt und dann so einen Kommentar abgibst. Wie die das beispielsweise bei Joko und Klaas auch hin und wieder haben, weil wir so Duell und Klaas. Genau, genau. Das war eigentlich ganz geil, aber halt auch schwierig, weil Marc und Leander haben ja so viel Stress, dass die auch nicht für sechs, wir hatten ja keine sechs fertigen Folgen zum Anschauen, dass du im Studio das nochmal siehst. Das heißt, manchmal hatten wir nur kurz Bilder und man muss halt zu den Bildern was sagen dann. Oder mit Paul wussten wir halt, wir hatten super viele Erinnerungen. Auch in der letzten Folge mit dem Gast, der da ist, hatten wir auch noch super viele Erinnerungen, dass wir gar nicht so viel Videomaterial gebraucht haben, sondern einfach so nochmal im Studio mehr drauf eingehen konnten, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ja, einfach schnell durchgeschaut. Ja. Aber du bist, da bist du ja tatsächlich in der Postproduktion auch noch richtig krass mit Mitspracherecht dabei. Aber das ist ja geil. Genau. Also es ist nicht so, dass du einfach nur zu den Drehsing gehst und dann, okay, mein Job ist done. So und ich kann jetzt durch zwischen. Naja, aber auch, weil es ja halt auch natürlich auf meinem YouTube-Kanal noch kommt. Das kommt ja noch auf Sascha Hellinger. Und da ist ja schon wichtig, dass alles so geil wie möglich ist. Ja, okay. Natürlich, zeitbedingt ist nicht alles perfekt und es ist nicht alles wie geleckt und man sagt, ey, geil, das Ding ist final, sondern wir sind halt wirklich hart im Verzug. Aber wie gesagt, es ist ein super kleines Team. Aber das darfst, glaube ich, auch bei so einem Format sein, oder? Ich glaube, dadurch, dass es ein Online-Format ist, ist es auch okay, wenn es so ein bisschen mal an einem anderen Stelle reibt. Na klar, der eigene Perfektionismus spricht da so ein bisschen gegen. Der ist auch immer einem im Weg. Ja. Ich glaube, du bist sowieso da so ein Charakter für, ne? Das ist alles immer, also das ist so, wenn du Output machst oder wenn du irgendwie Content raushaust, dass es so möglichst clean ist. Ja, aber für das Projekt, ich glaube, das kann jeder zu Hause auch verstehen. Ja. Wenn sowas machst du, wenn es gut läuft, vielleicht ist es wirklich was, was noch öfters kommt in einem Serienformat oder Staffelformat. Safe, safe. Aber im Falle, dass es halt nicht so ist, dann machst du das halt einmal und dann muss es schon richtig geil sitzen eigentlich. Ja, dass es so vollendet schon gut für sich stehen kann. Und dann im Zweifel, wenn man noch was dranhängen möchte, kann man es immer machen. Ja. Aber dass es so alleine für sich schon gut steht, die Staffel. Ja, und ich glaube, das kennst du ja auch von gewissen Sachen oder auch von allem vielleicht, auch so von dir selber, weil das was ist, was halt sonst davor noch niemand so mit dir in Verbindung gebracht hatte. Dann machst du so eine Serie und das ist alles neu, alles, was die sehen. Die lernen dich nochmal besser kennen. Die sehen dich in verschiedenen Orten, bei verschiedenen Jobs. Und dann muss es halt auch einfach nochmal ein bisschen ein besserer Standard einfach so sein. Voll. Weil du ja schon so aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. Total, total. Vor allem, ich merke es jetzt gerade so, wo ich jetzt diesen Podcast mache. Ich habe ja vorher Twitch gemacht. Ich meine, ich glaube, Twitch ist schon als Plattform oder wie man sich dort präsentiert, sehr, sehr real. Spiel, aber da bist du, da bin ich halt jetzt nicht so der, aber da bin ich halt nicht der Spaßkasper, da bin ich jetzt nicht so krass als Unterhalter da, sondern hier bin ich halt auch dafür da halt erstmal mit Gästen zu sprechen, das Ding hier durch zu moderieren und auch gezielt richtige Fragen zu stellen oder passende Fragen zu stellen. Und in meinen Streams war ich ja überwiegend immer alleine. So. Oder habe nie irgendwie so einen Spielpartner quasi dabei gehabt. So. Oder mit jemandem, mit dem ich mir quasi die Bälle hin und her spiele. Deswegen ist das schon eine andere Situation für mich, zumal dann auch der Fakt dazu kommt, okay, mein vorheriges Leben war, so, da und da ist Termin, ich knack den Stream an und wir ziehen einfach durch, streamen aus, Feierabend. So. Aber hier ist, wir müssen viel, ich muss viel strukturierter arbeiten. Das ist, glaube ich, die größte Umstellung gewesen, seitdem wir vor allem das ganze Ding unter Funk machen, dass wir uns einen klaren Plan machen, dass wir klar strukturieren jetzt, wo auch Shorty noch so mit dabei ist, dass ich Shorty richtig rein strukturiere und es ist, es ist was, was ich total unterschätzt habe, aber was, wo ich jetzt immer mehr rein wachse und wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, dieses Format halt so umzusetzen. Das macht ultra Spaß, so ist auch mit Funk ultra dankbar dafür, dass wir das machen dürfen. Das ist, das ist halt schon geil. Weil, aber ja, es ist, man unterschätzt immer sehr viel, aber es ist auch so ein Thema, worüber ich in den letzten Folgen mit den Content Creatorern oder allgemein mit den Content Creatorern, welche dabei hatte, weil ich in den meisten Folgen drüber gequatscht habe, dass man total unterschätzt, was hinter diesem Beruf Content Creator eigentlich so unter anderem noch alles drin steckt. Ich glaube, auch jetzt mal so speziell auf dich bezogen, was du ja machen musst, ist immer eigentlich eine ganz geile Konversation führen. Ja. So, das ist das Grundprinzip und das, also das ist ja auch eine Kunst, das aufrecht zu erhalten. Genau. Auch nicht gesehen auf 20 Minuten in einer kürzeren Variante, sondern einfach vielleicht auch mit Open End und das ist halt auch wirklich jetzt nichts. Ich meine, wir kennen das alle auch von, wahrscheinlich von zu Hause, also oder weiß ich, von zu Hause, wenn man unterwegs ist. Wie viele geile Konversationen hast du, wenn du rausgehst? Also wirklich mal gesehen, wie viele richtig gute? Wenn man mal ehrlich ist, vielleicht mal in der Woche zwei, drei. Ist nicht viel. Es ist wirklich viel. Ja, was machst du, wie ist es, alles gut, blablabla, was ist das? Was auch cool ist, was auch cool ist, keine Frage. Ja, natürlich, ist vollkommen fein, ja. Aber das ist ja nichts, das ist dann immer so nicht das Ding, wo du nach Hause gehst und dann noch nochmal drüber nachdenkst. Und das ist ja die Idee von dem Konzept. Also ich habe ja dieses Format sozusagen gestartet, weil gerade, es ist ja viel Bezug auf Content-Creator-Szene. So, und man sieht sich immer bei diesen Events, beispielsweise, wann haben wir das letzte Mal, wir beiden das letzte Mal so richtig gequatscht? Ja, das kannst du knicken. Da, wo wir uns sehen, das... Eben, wir sind immer auf Events so und dann kommt da jemand, da jemand. Wir sind sowieso zwei, die, ich sag mal, gut vernetzt sind. Du bist dann vielleicht immer so, klar, weil du einfach größer bist in der Szene und so, bist immer so in der Sache gefragt, ja, jeder will mal irgendwie was von Sascha, jeder will mit Sascha mal quatschen. Und bei mir ist es dann halt so, ja, ich quatsche sowieso irgendwie mit jedem, weil ich auch so jeden kenne, beziehungsweise wir sind beide gut vernetzt einfach in diesem Bereich. Und da kommt man gar nicht dazu, dann ist es halt so, hey, ja, wie geht's, alles gut, ja, Mensch, freut mich. Dann wechselt man ein, zwei nette Sätze aus. Und dann ist auch wieder, ja, okay, alles klar, wir sehen uns das nächste Mal. So, aber dass man sich mal richtig hinsetzen kann und sagen kann, okay, wir quatschen jetzt mal, setz uns jetzt eine Stunde hin und quatschen einfach mal über alles, was so bei dir abgeht, was dich interessiert. Dazu kommt man halt zu selten, voll selten. Und das ist irgendwie so diese spannende Dynamik in der Szene, weil ich verstehe mich mit vielen gut, aber viele kenne ich kaum, so. Ja. Aber ich glaube, dann auch dann jemanden so richtig gut kennenlernen zu können, auch schwer. Ja, natürlich. Weil man sieht es hier nur bei den Events und dann ist man meistens ja auch happy, wenn man da kurz fünf Minuten gesprochen hat und dann geht irgendwie das Leben weiter. Aber ich würde gar nicht so sagen, dass, das ist bei mir somit das Geilste, dass jetzt Leute großartig zu mir kommen, wie so der Monte-Effekt und dann einfach mit einem labern wollen, weil du bist. Ich glaube, viele bei mir sind einfach damit, also fein, dass dann man auch da ist und das war es so. Ja. Was echt geil ist. So, das trägt sich ja auch bei mir durch so die YouTube-Zeit, wenn ich Zuschauer treffe hier in Stuttgart auch meistens, ist es einfach nur so, hey Sascha, was geht? Ja, was geht? Und das war es so. Das ist cool. Liegt das daran, dass es Hometown ist? Also wie erlebst du es in anderen Städten? Ungefähr gleich. Ich glaube, weil die Leute vielleicht auch schon ein Stück älter sind oder geworden sind, was auch geil ist. Ja. Und weil, das ist ja, ich weiß nicht, wenn ich mich zum Beispiel mit Niko vergleiche, Niko zu Hause, 120.000% Energie, schreit rum, krasser Charakter auch einfach auch. So bei mir kommt ja vieles einfach über den Schnitt oder wie ich im Schnitt Sachen aufbaue und dann ist es schon ein Unterschied. Dann hast du vielleicht bei mir mehr das Gefühl, ey, da ist Sascha, coole Videos, was geht und dann so, oh mein Gott, da ist Inscope, 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 weißt du, der Name? Ja, das ist ein anderes Minigame auch nochmal, was bedient wird. Der Name wird auch, der Name gebrüllt ist auch einfach geiler, weißt du. Ja, aber wenn so jemand zu dir kommt, dann müsste es ja eigentlich auch, so sehe ich das jetzt, so würde ich einschätzen, ist es auch eher entspannter mit, hey Henke, was geht? Nee, es ist, es ist, ähm, tatsächlich ist es bei mir in den Städten immer unterschiedlich. Also in Köln, weißt du, in Köln wirst du fast gar nicht angequatscht, weil die, glaube alle used to it sind, dass es aber so die ganze Content Creator rumrennt. Ja, Digga, die haben alle schon Simon Unger auf dem Longboard in Köln, so die Zeit, weißt du, haben die schon voll mitgenommen. Und beispielsweise, wenn ich durch Köln gehe und angesprochen werde, frage ich immer, das mache ich immer experimentell, da habe ich mit Philo beispielsweise drüber gequatscht und da hatten wir einmal die Situation, ich sage, meine Theorie, wenn man angequatscht wird in Köln als Content Creator oder als jemand, der öffentlich unterwegs ist, sind immer Leute, die nicht aus Köln kommen. Immer so, immer so. Und dann frage ich extra nach, Mensch, wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus Salzburg und solche Sachen, weißt du, es sind immer, die feiern das dann so voll ab. Aus Salzburg. Ja, die feiern das dann voll ab, so in Köln zu sein und tatsächlich dann die Content Creator zu treffen. Aber ich glaube, die Kids, die in Köln so aufgewachsen sind, da rumhängen, so die ziehst du in der Bahn, die freuen sich, die winken mal rüber, aber denen ist das scheißegal. Die rasten erst aus, wenn du eine Skibrille hast und ein Schiago bist. Ja, ich glaube auch, oder? Dann sind die, ich glaube, dann sind die on fire. Ist eigentlich immer alles sehr, 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 sehr chill. Ja. Ich glaube, das, ich glaube, da spreche ich für viele Content Creator, meistens ist es sehr chillig, wenn die Sonne noch draußen ist, das ist vor 20 Uhr, sobald du in der Stadt vielleicht irgendwo bist, 0 Uhr, 1 Uhr, Alkohol im Spiel. Ja. Dann kommt aus den Leuten der Dämon raus und dann geht es richtig ab. Ich sage es dir, was wir schon erlebt haben. Weil die dann auch keine Scham haben, so unangenehm zu sein. Ja. Und dann lassen die einfach mal los und wenn die dann dich noch sehen, kannst du auch mal beleidigt werden, ne? Ehrlich? Ja, ja. Ist das schon passiert bei dir? Ja, klar. Aber er hat eigentlich, das ist halt die dümmste Beleidigung, die er gezogen hat, weil er hat meine Mutter halt beleidigt und nicht mich. Ja, okay. Ja, weißt du, das ist halt, wenn du halt jemanden, bei Funk kann man das nicht sagen, ne? Doch, du darfst auch sagen. Ja, gut, so Hurensohn finde ich sowieso schon mal lächerlich und der hat es halt zweimal hinterher gebrüllt. Und mich selber lässt es halt einfach kalt, weil, was juckt mich das? Bruder, ich glaube, das ist aber auch was, was du brauchst für dieses ganze Country-Credit-Ding, ist erstmal ein dickes Fell. Das baust du mit den Jahren auf, so mit so Kommentaren umgehen, weil es gibt leider nicht nur nette Menschen im Internet, liebe Kinder. Aber ich weiß doch, früher hätte mich dieses so, keine Ahnung, so ein Hurensohn oder so eine direkte Beleidigung mehr getroffen als heutzutage. Heutzutage lese ich so einen Hurensohn und lache. Ach so, ja. Dann juckt mich das nicht mehr. Das ist mir egal. Vielleicht ist es noch ein bisschen anders, wenn es auf einer Straße so passiert, aber ich glaube, da wird es wirklich auch nicht mehr jucken. Ne, das juckt dich nicht. Aber so, ich war halt mit Freunden unterwegs und einem Freund, dem hat es gar nicht gefallen und der war schon so mäßig am Umdrehen und ich meinte so, ne, komm, das ist so völlig egal. Ja, das ist ja auch nicht wert. So, wozu? Ne, überhaupt nicht. So, man muss auch fairerweise sagen, was du auch schon erwähnt hast, dass man dickes Fell braucht, ist halt 100% wahr. Und so über das dicke Fell hinaus brauchst du halt auch einfach, glaube ich, wahnsinnig gute Freunde, die auch nichts damit zu tun haben. Dass du einfach dich da irgendwo einordnest als Mensch, weil wenn du dich so einordnest, wie du im Internet dastehst, dann bist du ständig davon abhängig, dass du gut dastehst. So, du bist, kein Mensch ist perfekt. So, was ist die Erwartung, dass dich jeder im Internet lieben soll? So, wenn du ein cooler Charakter bist oder ein guter Mensch, dann werden es die im Internet schon nach Jahren checken. Die Einstellung muss man sowieso ablegen. Also, wenn man sich in diese Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeitsrolle begibt und sagt, okay, ich mache jetzt Content im Internet, muss man so und sich darauf freut, okay, jetzt werde ich beliebt und alle mögen mich. Also, das kann man sich schnell aus dem Kopf schlagen. Es wird immer Leute geben, die dich scheiße finden. Ja, aber das ist für uns beide halt ein bisschen leichter gesagt, weil wir vielleicht auch ein bisschen länger damit zu tun haben. Ja, maybe. Aber das ist ja etwas, was du dir erarbeiten musst, diese Eigenschaft. Voll. Wenn du anschaust, dass irgendwie alles nach Zahlen geht, dein ganzer Beruf nach Zahlen geht und du auch dann irgendwie so vielleicht dich das auch unterbewusst einfach verändert als Mensch und du halt immer schaust, was auf TikTok abgeht, auf Insta abgeht, auf YouTube abgeht in den Kommentarsektionen, dann kann es schon sein, dass du demnächst auf einmal halt, dass du dem mehr hingibst und auch dich mehr darauf einlässt, als jetzt halt alles drumherum im echten Leben mit Freunden, mit Familie, sodass du einfach da irgendwo, ja, hineinfällst so ins Internet und danach halt lebst. Ich glaube schon, dass es in unserer Branche mittlerweile gar nicht mehr so selten ist, weil ja auch vieles darauf abgezielt ist, dass es sehr kurz, also es ist alles sehr kurzweilig und sehr schnell flott, ja. Kann es jetzt auf TikTok viral sein? In zwei Monaten juckt es keiner mehr so. Habe ich beispielsweise mit Softwaredorf drüber gequatscht, die ja aus TikTok raus quasi groß geworden ist. Gibt ja so viele Kanäle, die TikTok, gerade in dieser Halbzeit, wo es noch relativ, also verhältnismäßig einfach war, wo der Algorithmus noch dir leichter eingespielt hat und du schnell Follower gegaint hast, wie viele TikTok-Kanäle, gerade aus dem deutschsprachigen Raum auch, hast du mit einer Million Follower, aber der Algorithmus gönnt gar nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass es die Leute einfach nicht verbrannt hat. Nee, das ist hundertprozentig nicht, ja. Ich glaube, das hat viele einfach auch so ein bisschen auf der, also viele sind ja auf der so geht. Und ich meine, die Schicksale hat man ja schon, ich sag mal, in der Öffentlichkeit mitbekommen bei dem einen oder anderen Content-Creator. Da geht es dann auch so um vielleicht Burnout-Geschichten etc. pp. Aber du wirst genauso wie ich Storys kennen aus der Szene, vielleicht auch aus dem Umfeld, wo Leute halt sagen, ey, ich ziehe mich jetzt mal raus. So, oder ich höre jetzt auf oder gehe wieder in einen normalen Job zurück, weil das ganze Internet-Ding nicht mehr so für mich funktioniert. Ja, ich selber war ja ein Jahr raus, also. Ja, eben. Du hast ja jahrelang quasi auf YouTube nichts hochgeladen. Aber wie warst du dann noch präsent auf Twitch halt? Ich habe gestreamt noch ein bisschen, ja. Ja, eben, warst du auf Twitch dann unterwegs. Ich wollte in Bezug auf dieses Öffentlichkeitsding auf deine Anfänge so ein bisschen zurückkommen, weil ursprünglich habe ich dich das erste Mal gesehen in einem ungefilmt-Vlog. Ja. Und daraus ist ja, da habt ihr Simon, glaube ich, in Köln besucht. Ja. Das war die Zeit, wo diese Connection zwischen Simon und Nico ja so entstanden ist. Ja. Ja, und da bist du aufgetaucht als Sascha, der halt nie lacht. Und aus dem ist, glaube ich, auch dieser Name unsympathisch-TV gefußt, oder? Genau. Ich glaube sogar, dass Simon gesagt hat, ey, der ist unsympathisch oder so. Irgendwas war da. Aber, oh, ich glaube, ich muss aufstoßen von der Kohlensäure. Eine Sekunde. Nicht schlimm. Nee, doch nicht. Alles gut. Nico und Simon haben sich zum ersten Mal in Köln getroffen und wir waren auch dabei. Ja, das war dann, war Peter Spendi du? Nee, 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 Sascha, Nico und ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der andere Sascha? Ja, der andere Sascha, ja. Oh Gott, der war auch dabei. Der war auch dabei. Und Simon hat halt Nico seine Videos geliebt mit Yo, wahrscheinlich unter allem. Das war die Zeit. Ja, das war ja, das ist ja ultra krass, auch in der Jugendsprache krass verankert gewesen zu der Zeit. Yo, wahrscheinlich. Was das für einen Einfluss hatte. Ja, unter dich ist alles klar geschrien. Ja. Und Nico hatte uns mitgenommen zu dem Zeitpunkt und da hat so ein bisschen alles angefangen. Da hatte ich ja davor schon nicht gelacht über Nico seine Jokes und auf irgendwelchen Reisen oder in Videos ab und zu bei Nico vorgekommen, aber wirklich nur ab und zu, bis halt die Leute kommentiert haben, ey Sascha soll auch mal einen Kanal machen. So der Typ, der nie lacht, ey mach das mal gemeinsam und sowas. Und dann habe ich ja angefangen zu studieren, Alibi-mäßig. Was war es? Maschinenbau. Was ist ja klar? Müll. Ja, ist ein geiler. Aber war Müll für dich. Es war Müll für mich. Wusste ich auch direkt, erste Woche hingegangen, erster Tag, ich wusste schon gar nicht, wohin ich muss. Ja. Zu spät gekommen, die ersten Vorlesungen mitgemacht. War hier in Stuttgart? War hier in Stuttgart, ja. Geil. Die ersten Vorlesungen, mich reingesetzt und ich konnte halt nach der ersten Woche schon systematisch rausstreichen, Studiengänge, in denen ich keine Chance haben werde zu überleben. Macht keinen Sinn. Dann standen am Ende wirklich Studiengänge noch, also standen da, die mich auch interessieren, wo ich dachte, da geht vielleicht was. Ich glaube effektiv zwei Stück. Welche waren es? Kriegst du es noch auf dem Schirm? Ja, das kriege ich glaube ich nicht mehr. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr hin. Waren das diese klassischen, wo der Onkel sagt, das ist ein Lava-Fach? Keine Ahnung, so Philosophie, Germanistik. Ne, die waren wirklich interessant, aber ich kriege es nicht mehr auf die Kette. Was war denn das für ein, kriegst du so grob den Bereichen, war es Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften? Ne, ich glaube das eine hatte so eher was mit Naturwissenschaften zu tun. Und das war aber auch leider Montagabends und der Studiengang ging auch am kürzesten, obwohl er mich am meisten interessiert hat. Ich habe den nicht genommen, weil der nur zu kurz ging, sondern einfach, weil das Thema sehr geil war. Okay. Und die Zeit dafür war so kurz, dass als ich das erste Mal drin saß, kam, ich glaube das hat eine Professorin geleitet, kam rein und meinte so, ich bin die und die, wir haben keine Zeit, wir müssen direkt anfangen. So war das. Oha. Aber war halt auch interessant. Ja. Und dann hatte ich mit YouTube angefangen im September ja auch, ich habe am, ich weiß nicht mehr am wieviel. September den Kanal gegründet. Wie lange ist es her jetzt? Du wüsstest es auch so in den Raum 2015? 2014. 2014. Ich habe doch, ich glaube am 11. September habe ich den Kanal gegründet und ein paar Tage später ging das erste Video online. Ja. Und dann habe ich die ersten Videos einfach durchgezogen und es war eher ein Spaßprojekt von Freunden und von mir. Also nicht nur, dass ich alleine mir Gedanken gemacht habe. Sascha war am Start, Latzo war ja sowieso am Start. Bis heute Latzo dankbar für die Möglichkeit und wir hatten ja auch wirklich eine krasse gemeinsame Zeit von da an, die nächsten Jahre auf YouTube. Gerade, wo sich das so gebildet hat, eure Stuttgart-Connection, wo ihr dann, ich sage mal, immer mehr so auf den Schirm kamt. Das war ja krass. Das war auch eine krasse, krasse Zeit. So. Überkrass. Und ihr seid alle heftig gewachsen, heftig vorwärts gegangen. Aber ich fand das so, ich finde es so im Nachhinein halt spannend, weil eigentlich so, wenn ich dich jetzt so, so wie ich dich kennengelernt habe, so wie ich dich kennengelernt habe, bist ja eigentlich so, würde ich sagen, so ein eher zurückhaltender Typ. So. Eher so ein entspannter Typ. So ein ruhiger Typ. Ja. Und von dem man jetzt nicht unbedingt zu erwarten würde, weil du guckst jetzt, wenn ich so quer durch die Szene gucke, auch mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, ich sage dir ehrlich, gefühlt 60, 70 Prozent ADHS. So ist schon ein bisschen crazy. Ja. So. Aber es gibt nicht so viele, die halt diese Ruhe ausstrahlen, wie du es beispielsweise tust. So. Und da würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, okay, das ist jetzt einer, der wird jetzt YouTuber. So, sondern da geht eher vielleicht einen Weg, so schlecht im Hintergrund, der hält sich eher lieber zurück. Aber bei dir ist das ja, hat das ja gut funktioniert und ist dann ja komplett durchgekracht. Auch nach diesem Konzept. Unsympathisch, der lacht nicht. Ja. So, ähm, aber hast dann ja irgendwann doch angefangen zu lachen und dann genau diese Schiene gefunden mit diesem, ähm, es ist ja quasi ein bisschen Reaction-Content, aber es ist ja auch original, weil es, äh, Content ist, der aus deinem, aus dem Input der Zuschauer entsteht. Genau. So, das ist, äh, Zuschauer schicken Videos ein, Kommentare, eBay-Kleinanzeigen, etc. pp. So, so solche Sachen. Und ich glaube, das ist, das ist was, wo du genau einen Nerv getroffen hast, was halt viele Leute so gefeiert haben und deswegen ist es halt so durchgekracht. So, aber was, ähm, wie viele... Das war, das war gerade so viel. Das war viel? Das war wirklich viel. Ja. Keine Chance. Da hätte ich mir nicht mal Gedanken drüber gemacht. Ich hatte Videos hochgeladen auf einem anderen YouTube-Account. Ich glaube, der existiert immer noch. Ich habe von Counter-Strike Source halt, deswegen konnte ich auch schon so ein bisschen schneiden in Sonny Vegas, weil ich habe so Counter-Strike Source Edits halt gemacht damals. Ja, das hat jeder, ich glaube, das hat jeder gemacht. Ja. Oder sowas, entweder ein Minecraft-Let's Play aufgenommen. Ja. Oder, oder, Call of Duty oder Counter-Strike Edits gemacht. Ja, deswegen, ich, das war meine Verbindung mit YouTube. Ich habe auch nur so Counter-Strike Source oder Counter-Strike 1.6 Edits angeschaut. Ich kannte schon recht früh zum Beispiel Bibernator. Ja. Boah, Alter. Das war fast einer der ersten Kanäle, die ich wahrscheinlich auf YouTube abonniert habe. Hast du sonst irgendwas, also so unterhaltungsmäßig geschaut, keine Ahnung? Nee. Gab es da was YTD, Apecrime? Nee. Außenseiter? Nee, gar nicht. Gar nichts davon. Nee. So, überhaupt nicht. Hatte ich nichts auf dem Schirm. Da bin ich voll so drin aufgewachsen. Also durch und durch. Ich hatte, ich hatte noch auf dem Schirm die Anfangszeiten von Simon Desue. So Hamburger Hänger-mäßig. Ja, ja. Ich glaube auch logischerweise dann Alberto. Aber ihr, aber das ist das Witzige, weil den, den Fact streue ich manchmal rein. Ich weiß auch nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich es schon in der Corner gemacht habe. Mark Eggers, actually, ja einer, der in der deutschen Szene mit am längsten dabei ist. Ja. Mark Eggers, wissen viele nicht, war Teil der Hamburger Hänger. Das ist, das ist 2009, 2008 der OG-Shit. Das ist so krass. Ja, Mark hat ja eine überkrasse Vergangenheit. War der schon bei dir zu Gast? Leider noch nicht. Ich habe ihn schon mal gefragt, aber ich habe, glaube ich, noch keine Ahnung bekommen. Ey, Mark. Mark, komm. Das wäre. Wir müssen, ich kenne, ich kenne deinen ganzen Shit, ich kenne deine ganze Laufbahn. Wir machen das, Alter. Mark muss es machen, weil wir sitzen hier und es ist schon cool und auch interessant, aber bei Mark ist halt auch wirklich eine heftige, ja, Achterbahnfahrt, ne, von ganz unten, mal kurz obdachlos nach oben und alles. Deswegen bei ihm, ich glaube, da könnte man auch was fürs Leben lernen. Bei uns hört man gerade gerne zu, vielleicht so um 22.30 Uhr, man schläft gerade ein, man hat sich nochmal bequem gemacht. Dein Kakao. Ich drehe mich nochmal. Decke zu. Kippchen. Was? Im Bett. Nein, Decke zu, Kakao. Ja, voll. Aber mit Mark? Vielleicht ein bisschen, die LED ist doch ein bisschen mal auf einen wärmeren Ton gestellt. Voll, so in lila oder in rot. Entspannt. Nebenbei vielleicht noch eine kleine Schallplatte im Hintergrund laufen. Ja, voll. Oder man liest gerade noch so ein Buch. Nebenbei. Wahnsinn. Dann hört man uns so säuseln. Hier in der Corner. In der Sex Corner. What? Das ist ein neues Format, das von Hacker dann dieses Jahr startet. Hacker Sex Corner. Das Pitch hier am Funk. Geil, geil. Gibt ja in Deutschland, habe ich von Ron jetzt gesehen, gibt ja ein paar Darsteller, Darstellerinnen, die du ja da als Gast einladen kannst. Aber ich glaube, da ist der Ron schon zuvor gekommen. Der hat ja schon gestartet auf seiner anderen Seite im Internet, wo man das anschauen kann. Ehrlich? Ja. Ja, was passiert da? Naja, der unterhält sich da mit den Leuten und auf einmal sind die halt nackt. Ron auch? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Noch nicht, nee. Aber nee, ich hätte ohne Nico nicht mit YouTube angefangen. Ich hätte ohne die Kommentare damals nicht mit YouTube angefangen. Ich hätte ohne meine Freunde damals nicht mit YouTube, ich hätte nicht YouTube weiter durchgezogen, weil das halt wie gesagt wirklich ein Ding war, dass wir Just for Fun gemacht haben und alle waren halt integriert so. Ich glaube, das war dann nochmal bei euch im Freundeskreis eben speziell eine geile Dynamik, weil ihr euch auch gegenseitig krass gepusht habt, oder? Ja. Also jetzt nicht pushen im Sinne von Reichweite, sondern pushen im Sinne von Arbeit. Das halt sagt so, hey, hier macht vielleicht das und das oder ihr gebt euch gegenseitig Feedback. Es war ja, es ist ja einfach so ein cooler Kreis gewesen an jungen Leuten, die einfach jetzt Bock haben, Zeug zu machen und sich dann gegenseitig zu motivieren und zu pushen. Das war eher der Spaß dahinter. Das war nicht mal dieses Jahr, wir grinden jetzt hart. Nein, aber das war auch so, dass man vielleicht sogar Bock drauf kriegt, indem man so sagt, hey, was hältst du davon, wenn wir das machen? Oder wenn man sich gegenseitig Input gibt und das sogar der Spaß daran der Sache ist. Genau. Das meine ich halt. Und dann zur zweiten Thematik, weil du hattest ja auch noch irgendwie so gefragt, du hattest gesagt, dass ich angefangen habe zu lachen, das hatte ich auch damals bei Tim erzählt. Der Videoschnitt musste, ab einem gewissen Zeitpunkt saß ich im Keller und ich habe automatisch angefangen, schneller zu schneiden alles und da wusste ich, du kannst nicht schnell schneiden und noch gleichzeitig ignorant dabei sein. Zumindest nicht für mich und für meinen Kopf und für meine Gedanken, das ging nicht. Also wusste ich schon irgendwann, das wird switchen. Ich habe hart darauf geachtet, dass ich nirgends lache. Ich habe mich immer zusammengerissen. Es gab wirklich Momente, da habe ich mit Nico Videos gedreht und dann habe ich die Hälfte vom Video rausschneiden müssen, weil wir uns totgelacht haben. Das war dann ja auch noch die Zeit, wo es ein Highlight war, wenn man so gesagt hat, da hat Sascha gegrinst und hat Sascha gelacht. So dann irgendwann hast du ja quasi mit diesem Charakter so ein bisschen gebrochen und hast gesagt, okay, jetzt lachen wir auch mal an den Videos. Und ich glaube, das hat nochmal viel dazu beigetragen, dass bei dir auch nochmal viel abgegangen ist oder viel gewachsen ist. Ja, voll. Und zur dritten Sache, dass Leute Sachen einschicken. Ich habe mit das geilste Konzept und mit die geilsten Leute, natürlich nicht jede Einsendung für ein Video kann geil sein. Das liegt dann einfach an mir, was ich daraus mache im Schnittprogramm. Voll. Aber eigentlich sich für jede Woche einfach das zuschicken zu lassen per E-Mail mit Luca, der in Köln alles vorbereitet, dann mir sendet, dann gehe ich drehen. Das ist halt mit das Geilste, was dir passieren kann. Erstmal musst du selber nur im Nachhinein kreativ werden. Das heißt, der ganze Prozess am Anfang mit raussuchen, den habe ich schon mal gar nicht, weil die Leute ja am Start sind, wofür ich da dankbar bin. Ich bin auch sehr dankbar für Luca. Und generell ist ja alles so ein bisschen gewachsen. Jetzt mittlerweile, wenn ich ein Video schneide, oder ich habe jetzt auch das letzte Video abgeben müssen, habe ich schon Leute, die da am Start sind. Ich habe Loro von Sato Hugo, der manchmal ein Video übernimmt. Selten, wenn ich nicht kann. Ich habe mittlerweile noch einen, der heißt Janik. Geiler Typ, schneidet auch von Spendidivlogs. Der hat jetzt das letzte Video übernommen. Natürlich redet man da auch über Korrekturschleifen. Du schaust dir alles nochmal an. Aber im Grunde genommen können die das auch schon so ein bisschen machen. So natürlich ein Tinder-Video, Tinder-Chats und alles muss ich selber machen. eBay-Kleinzeigen muss ich selber machen. Aber wenn Leute Insta-Rapper geschickt haben. Das finde ich geil, dass du noch so viel selber machst. Ja, muss. Und ich habe noch Leute, die drüber schauen. Ob jetzt mal ein Yoshi mit mir drüber schaut, einen Song raussucht. Oder Luca und Dave von Geteiltetreu. Also du merkst schon, die Namen, die ich aufziehe. Die Liste ist jetzt nicht wenig. Und es sind auch, ich sage mal, gerade, ich sage mal, man kennt ja auch so ein bisschen die Pappenheimer, die hinter den Kulissen so ein bisschen. Es sind Namen, die man auch kennt, wenn man sich mit dem ganzen Thema halt auch befasst. Also sind das schon so Gesichter, wo man sagt, okay, alles klar, der arbeitet damit. Wenn wir jetzt so ein Logo nehmen. Logo ist ja einer der Hauptcutter von Satteru. Ich glaube, Satteru. Oder Hougi. Über irgendeinen von. Satteru. Beides. Und das kennt man. Das ist krass. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass du dir so viele Feedback-Runden einholst. Also so viele Feedback-Schleifen einholst. Ich weiß nicht, also selbst wenn ich in der Nacht noch alleine da saß, frage ich meistens Luca und Dave um neun oder zehn Uhr, ob wir uns nochmal kurz auf dem Discord treffen. Einfach nur, dass die das noch einmal gesehen haben. Krass. Ja, also es wird nicht vorkommen, dass ich ein Video hochlade, was nur meine zwei Augen gesehen haben. So, das passiert nicht. Aber mittlerweile hat ja auch viel mit Musik zu tun. Ich kenne auf Spotify gefühlt fast jede Playlist. Wenn ich elf Stunden an einem Video saß, dann kann es sicher sein, habe ich zwei Stunden mindestens allein nur nach Musik gesucht. Und man muss auch dazu sagen, ich bin wirklich ein extrem langsamer Cutter. Also jeden Cut im Video, auch wenn er so klein ist, habe ich wahrscheinlich 30 Mal gesehen. Aber jetzt in der Gesamtheit, was würdest du schätzen? Ich glaube jetzt nicht, dass du so eine Stoppuhr stellst. Aber würdest du insgesamt schätzen, wie viel Zeit geht für eine gesamte Produktion, also mit Drehkonzept etc. für ein Video für deinen Hauptkanal drauf? Ich glaube, das können die Jungs jetzt besser beantworten als ich, aber... Schätzungsweise? Vielleicht in Tagen, vielleicht in Stunden? Nee, nee, das ist nicht über 24 Stunden auf gar keinen Fall. Aber es variiert so krass. Es gibt Videos, da denke ich, ja, da werde ich schnell sein. Und dann saß ich insgesamt zwölf Stunden nur am Schnitt. Drehen ist eigentlich kein Problem. Ich habe meistens in einer halben Stunde fertig gedreht. Okay. Was schon mal ganz geil ist, aber der Schnittprozess und die Suche nach Musik dauert schon länger. Ich kann es dir nicht sagen im Schnitt. Sagen wir jetzt mal einfach zehn Stunden, dann ist ein Video fertig. Kann aber auch mehr sein. Okay. Ja, da kann ich mit arbeiten. Ist okay. Das ist schon das viel hinter, ne? Ja, aber ich vergleiche das auch immer, weil du kannst ja da jetzt dich nicht so reinsteigern und sagen, ja, hier zehn Stunden, das ist alles okay, ne? Ich meine, manche machen 40 Stunden, 40 Stunden logischerweise das Gleiche in der Woche und sitzen am Schreibtisch. Und wenn ich dann halb zehn Stunden am Video saß, dann ist das auch okay. Das Einzige, was halt dann anders ist, mir ist schon wichtig, dass wenn schon so viele Leute das Video schauen, dass es einfach, dass wenigstens ein Lacher dabei ist, dass da was geil ist. Und das habe ich halt im Schnitt permanent im Kopf, so das schalte ich nicht ab und denke mir so, nee, das ist mir jetzt egal. Das wird nicht vorkommen, das passiert nicht. So, da muss schon alles, wie ich es im Kopf habe, schon sitzen. Und deswegen ist es halt nochmal manchmal ein bisschen anstrengender und man sitzt da und denkt sich so, ey, was soll das? Ja. Aber gut, wenn dein Chef zu dir sagt, ey, du bist ein Wichser, mach das mal geiler, dann sitzt du auch genauso wie ich am Schreibtisch. Na klar. Und dann legst du nochmal nach. Wie sieht so eine Woche von dir aus? Ich meine, du hast sowieso, glaube ich, immer viel und die Ordnung auch viel im Hintergrund zu tun. Ey. So, auch mit dem, du hast ja auch den Podcast, wo ich ja auch vorletzte, jetzt ist es, wenn die Folge rauskommt, also hier das, was wir gerade drehen, rauskommt, vorletzte Folge, also vor zwei, drei Folgen, war ich ja zu Gast, da warst du aber nicht am Start, deswegen habe ich mich jetzt, habe ich dich jetzt so nochmal zur Seite genommen. Ihr seid, ihr wart ja anfangs als Spotify Original, jetzt neuerdings, glaube ich, von Spotify abgekoppelt, aber macht den noch so weiter. Genau. Erstmal danke, dass du Gast warst, für mich eingesprungen bist, das wissen wir sehr zu schätzen. Gerne. Gerne. Ey, danke, dass ich dabei sein durfte, Sascha. Wirklich, es war fantastisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja? Ja, ja, wir haben über Airfryer geredet, das war einfach geil. Geil, geil. Kann ich kurz aufs Klo? Willst du? Ich muss so aufs Klo. Ja, dann hopp. Oh mein Gott. Alles gut. Timeout. Ey, kracht's bei dir? Ey, sorry. Ey, alles gut. Alles gut, alles leer? Passt alles? Ey, ich habe es euch gerade gesagt, ich glaube, es war der längste Piss der Woche für mich. Wow. Es hat wirklich nicht aufgehört. Kennst du das, wenn es nicht einfach aufhört und denkst, wir kommen jetzt. Ja, ja. Jetzt auch langsam so Zeit, du hast die Zeit im Blick, ne? Wie lange? Nein, ich habe extra eine Uhr an. Okay, dann sind wir safe. Das ist ja alles gut. Nee, nee. Nee, perfekt. Tipp zum. Worin wir stehen geblieben? Offline und ehrlich. Offline und ehrlich, stimmt. Offline und ehrlich. Ich war zu Gast. Ihr seid jetzt von Spotify weg. Spotify, ihr macht nicht mehr weiter mit Spotify, ihr macht das jetzt einfach independent weiter? Genau. Oder habt ihr einen anderen quasi Vertrieb? Nee, nee. Wir laden ja nach wie vor auf Spotify hoch. Aber ihr öffnet euch jetzt auf jeder anderen Plattform? Genau, wir sind auch auf jeder anderen Plattform vermarkten. Das meine ich selber. Und das lag glaube ich daran, dass Spotify einfach ein paar Podcasts, die die als Original hatten oder auch als Exclusive, da haben die glaube ich losgelassen. Ich glaube, es ist viel rausgegangen. Also ich weiß jetzt nur akut als Beispiel, was mir noch einfällt. Hier Dick und Doof, also Sandra und Luca und noch Hazel Brugger, die hat ja einen Podcast mit ihrem Mann, die sind auch, ich glaube die waren auch ein Spotify Original, ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. War Original, ne? Ja, die sind jetzt auch raus. Beziehungsweise haben die jetzt einen eigenen neuen Feed nochmal gestalten mit neuen Namen etc. Ja, aber ich nehme das Ding gar nicht übel. Ganz im Gegenteil, ich bedanke mich super bei Spotify. Es war eine geile Zeit. Nach wie vor laden wir da ja hoch und haben wahrscheinlich auch noch ein Stück weit Kontakt mit denen. Aber es war auch selber, es war auch mein Fehler, weil kaum Werbung dafür gemacht, keine Storys mit hier, neue Folge mit Verlinkung und anderem drum und dran. Man hat natürlich seine Stammhörerschaft. Total, ja. Und was ja auch geil ist. Kann man glaube ich gerade auch bei euch mit rechnen, wenn jetzt Vario und Trimax und du da drin sitzen, dass da auf jeden Fall der ein oder andere dazuhört. Ja, wir haben auch eine richtig geile Community, dafür bin ich auch super dankbar. Und so fahren wir jetzt einfach fort. Das heißt, meine Woche sieht schon mal auf jeden Fall so aus, dass einmal in der Woche eine Aufnahme ist mit den Jungs. Was geil ist. Man muss dazu sagen, dass sich bei mir jetzt in den letzten Wochen schon wahnsinnig viel verändert hat. Ich habe ja komplett langsam gemacht und jetzt habe ich durch Veränderungen letztes Jahr auch wieder, jetzt fange ich halt an langsam mehr zu machen. Jetzt gerade bin ich so an dem Punkt, wo ich mir denke, okay krass, so ich muss wirklich in Wochen planen, weil ich ein bisschen mehr unterwegs bin. Gerade auch natürlich jetzt mit Mitarbeiter des Monats war ich ja in sechs Ländern in einem sehr kurzen Zeitraum. jetzt kommt noch frisch dazu, dass Nico und ich am 5. Februar, wenn die Folge hier rauskommt, dann ist die Folge ja auch schon draußen. Oder? Nächste Woche Sonntag haben wir den. Jetzt haben wir den 30. Ja, ist draußen. Kommt raus hier am 11. Am 11. Genau. Am 5. Startet jetzt, ich würde es nicht Podcast nennen, ich nenne es eher Show von Nico und mir, was ja auch krass ist, weil mit Nico habe ich angefangen, mit Nico habe ich in den ersten Jahren... Schon geteasert? Ne, gar nicht. Gar nicht. Ist das so ein exklusiv Teaser? Ne, wir haben ja Insta-Stories gemacht, dass da was kommt. Ach geil, okay. Und Nico und ich hatten dann auch lange Pause und machen ja gar nicht mehr so viel. Wir haben natürlich eine ja, nein, nicht noch in den Insta-Stories. Wir machen einfach als Freunde viel oder sehen uns als Freunde mehr oder verbringen mehr Zeit als Freunde. Ohne dann, dass da immer eine Kamera bei laufen muss oder sowas. Genau. Und jetzt haben wir eine Show, die wir starten wollen. Da kommt aber, meine ich, am Anfang jede zweite Woche eine neue Folge. Ich glaube, YouTube ist für mich persönlich da und zur Zug fährt, weil die meisten uns einfach von YouTube kennen. Klar, wir laden auch als Video-Form auf Spotify hoch und vielleicht auf anderen Plattformen. Aber mein Fokus wäre da eher auf YouTube. Da haben wir jetzt die erste Folge aufgenommen. Ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Kann man sich gut geben. Was passiert da? Kann man da grob umreißen? Ja, in den ersten Folgen reden wir ja nur über unsere Vergangenheit. Wir haben jetzt in der ersten Folge in 40 Minuten grob alles angeschnitten, ohne zu sehr aufs Detail zu gehen. Also das ist, glaube ich, genau für die Leute und für junge Leute, die jetzt einem nicht so lange zuhören können. Weil die einfach TikTok-Brain geschuldet eine kürzere Zeitspanne haben. Und da schneiden wir halt Dinge immer schnell an. Und in der letzten halben Stunde haben wir mit Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen telefoniert und haben denen Dating-Tipps gegeben. Das ist cool. Ich finde den Namen auch ganz geil. Geheimratseck. Ein Name, der auch, glaube ich, bei mir passen würde. Das sind so circa 20 Haare. Würde ich auch geil finden als Name. Aber es wurde Geheimratseck. Geil. Bei Lazio auch schon passen, weil er die Haare wahnsinnig nach hinten geht und sich immer rausreißt mittlerweile. Die flüchten. Die versuchen, der Frisur zu entkommen. Aber das kommt jetzt noch dazu als Aufnahme. Dann ist Montags momentan die Border League. Ja. Mit Guernsey All-Stars. Null Punkte ganz hinten mit Jens, seinem Team. Läuft nicht so knackig gerade. Ich glaube, Guernsey All-Stars hat minus 8 Tordifferenz und Hollywood United hat minus 6. Aber da wird... Prochieren wir nochmal Hollywood United. Jens und Max Kruse. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja. Das kommt noch dazu. Dann läuft es sich rund. Dieses Jahr starten noch zwei weitere Projekte. Alter, krass. Ein Projekt hat mit Caps was zu tun, weil es einfach bei mir Sinn macht. Ja. Okay, cool. Aber auch sehr schlicht alles gehalten und eher in die Basic-Richtung. und auch nur Caps. Und das andere wird quasi... Das ist dann schon physischer. Also das wird ein Laden sein und da verkaufen wir was. Ein Laden? Ja, da bin ich jetzt gerade in Hamburg oft, weil der erste Laden auch in Hamburg sein wird. Aber es ist richtig so, das ist jetzt nicht so eine Ghost-Kitchen-Geschichte, sondern richtig vor. Ist das aber so lebensmittelmäßig? Ja, genau. Okay. Interessant. Nee, wir haben uns von dem ganzen Gedanken so bei Jens und bei Max klappt es ja super mit Happy Slice. Davon haben wir uns direkt verabschiedet. Wir sind selber am Produkte entwickeln, selber am Produkte gestalten. Wir wollen mit einem kleinen Laden starten, so viel Erfahrung machen wie möglich, geile Werbeaktionen einfach fahren mit dem Laden gemeinsam, um dann daraus zu wachsen. Natürlich kann es auch immer scheitern, dann ist halt ein Laden, der gescheitert ist. Aber im Prinzip versuchen wir damit zu starten, alles so klein wie möglich zu halten. Hey, try and error. Einfach probieren. So wollen wir nicht. Aber wir haben halt auch schon coole Werbeaktionen, also so PR-technisch ist ja das Geilste, auch dadurch, dass ich jetzt mit Vlogs angefangen habe, dass wir da vieles machen können. Da haben wir auch schon, glaube ich, ganz coole Ideen, wo auch Leute dann vorbeikommen können. Ja, mega geil. Ja, werde ich dann auf jeden Fall auschecken, wenn ich mal in Hamburg bin. Ja. Würde ich so vorschlagen. So, was können wir noch weiteres erzählen? Die Offline-Ehrlich-Geschichte sind wir durch. Wir können eigentlich fast schon ins Corner-Buch rein starten. Kennst du das Corner-Buch? Schieß los. Pass auf, das Corner-Buch ist immer so ein, du hast ja schon die ein oder andere Folge gesehen, glaube ich, oder? Genau. Das Corner-Buch ist so ein Freunde-Buch am Ende quasi. Ja. Und da gehen wir ein paar Fragen durch. Hast du Bock? Ja, ich bin froh, dass wir das Thema Musik hier rausgelassen haben. Weil du hast vorher, vor der Aufnahme hast du ja gefragt, wie es mit Musik aussieht. Ja, ich glaube, da gibt es sich viel zu holen. Schade. Aber ist was? Gibt es was zu erzählen? Weil du es jetzt selber ansprichst, bist du jetzt selber dran schuld? Naja, ich glaube, Paul und ich werden uns dieses Jahr auf jeden Fall sehen wieder. Okay, okay, okay. Aber kann man noch was erwarten? Ja. Wir sind von, wir haben, wir waren ja beim Gedanken EP und 4 Songs. Sind wir ja auch direkt auf Album gestartet, weil wir so, wir haben ja, du weißt ja, glaube ich, wie viele Skizzen wir circa haben. Ja, ja, ja. Ich war ja einmal dabei, ja. Dann hatten wir einen Peak mit, ich glaube, wirklich über 20 Skizzen und wir waren so, ey, wir packen da 14 Songs drauf. Dann hatten wir jetzt letztes Jahr, ich glaube, Ende letzten Jahres war ich in Berlin und wir hatten eine Hörsession von allen Skizzen und um eine Richtung so dem Ganzen zu geben. Dabei sind dann wirklich, ich glaube, 15 Skizzen rausgefallen. Rausgefallen. Ach du Scheiße. Und wir sind jetzt bei drei Songs, die final stehen von dem allen. Okay. Und auch nicht final stehen, sondern wir sagen, die bleiben. Ja. Und für drei Sachen haben wir noch ein Beat und von den drei Sachen wird sich noch eine Sache verabschieden. Und dann wird es doch eine EP. Ja. Okay. Aber ich habe noch einen weiteren Feature-Gast auf der EP und wenn das klappt, der hat auch schon gesagt, er hätte Bock. Ja. Kann man machen, da steht auch die Thematik schon. Der Beat ist jetzt nicht final, aber es wäre ganz witzig. Ist es ein Huge-Name, also ist es eher Content-Creator-Branche oder ist es Musiker-Branche? Musiker. Okay. Eher so ein Alteingesessener oder einer von den Neuen? Also man kann sich so einen Herbert Grönemeyer erwarten oder sowas. Nee, ist ein Mittelding. Boah, Herbie wäre geil. Aber nee, nee, nee. Aber der ist auch richtig cool. Ja, ja. Shoutouts, Herbert, Alter. Nee, die Person, die da gesagt hätte, sie hätte Bock, ist richtig cool. Mhm. Weißt du, aber hast du den Künstlernamen jetzt schon geleakt? Nee. Wusstest du noch den Alten? Nee, nee, da habe ich nicht. Aber erinnert er sich? Warte mal, piep mal, was weißt du denn? Larry. Achso, Künstlernamen, nee. Nee, 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 nee. Okay. Achso, nee. Okay. Weiß man nicht? Nee. Okay, okay, dann... Nee, Larry ist ja der ursprüngliche, genau, weil ich die Wette verloren habe. Achso, den, aber den, das weiß man. Auch nicht, auch nicht. Da muss ich mit Paul drüber reden, das wird ein Abend, glaube ich, wo wir einfach uns treffen müssen, um zu sprechen, aber... Okay, okay. Larry würde jetzt auch keinen Sinn mehr machen, dafür sind wir zu spät. Muss ich jetzt die ganze Zeit Larry piepen? Nee, überhaupt nicht. Okay, dann ist gut. Nee, Larry ist ja von Paul entstanden. Ja. Genau, aber jetzt, wann haben wir angefangen? Ich glaube, im Jahr 20. Ich erinnere mich noch an eine Line. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept gestrichet habt. Welche denn? Wo Sigi mal, da hat Sigi das eingerappt. Das war da, wo ich im Studio war. Also ich war ja einmal da und da hat er irgendwie, ich bin Larry, doch mein... Larry ist nicht Little. Mein Larry ist nicht Little. Ja, ja, ja. Nee, der Song steht nicht mehr. Okay, gut. Nee, nee, wir hatten ja auch, einmal war Kevin da, paar Platte, der Song steht auch nicht mehr, aber das war ein geiler Song. Ja. Wie ging nochmal, wie ging nochmal, wie ging nochmal die Hook? Kevin kriege ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Oder den habt ihr danach gemacht? Auf jeden Fall, Kevin. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Wort Bando drin vorkam in seinem Part. Und irgendwie, wir machen, wir spielen, wir machen einen Poké-Raum aus deiner Küche und irgendwie sowas hatte ich noch genannt. Das war so, ich glaube, die Hook ging irgendwie so, die Party steigt heute in deinem Haus. Oh mein Gott, ich erinnere mich dran, ja. Ich erinnere mich dran. Äh, genau, warte, wie geht, warte, die Hook war, die, da, das ich jetzt nicht mehr hinbekomme. Ich würde am liebsten jetzt Dropbox-Ordner rausholen, aber da ist es auch nicht mehr drin. Schade, ey. Normalerweise bin ich, was das angeht, gar nicht so schlecht, weil, aber das kriege ich nicht mehr hin, das ist schon zu lange her. Ja, 2021 haben wir angefangen. Aber wir haben auch einen richtig geilen Song. Ja, wir haben, der erste Song, den wir jeweils gemacht, also je, den ersten Song, den wir gemacht hatten, der steht auch nach wie vor. Ja. Das war ja der Song mit Paul selber und mit Karen, seiner Backup-Sängerin, über Freundschaft. Der sitzt noch, nur die Tonsprue müssten wir neu aufnehmen. Habt ihr eigentlich nochmal so Camp-Dinge in Planung? Oh. Äh, ich hatte gestern ein Telefonat. Mmh. Okay. Mit, äh, Marc und mit, äh, Jens und mit Paul. Kommen wir zu Corner-Buch. Also, als erstes Name, Sascha Hellinger. Yes. Jan, Sascha Hellinger. Jan, bittestrich Sascha Hellinger. Jan, wie, wie, wie kam das, warum, warum nennt man dich nicht Jan, warum nenne ich alle Sascha? Ich finde, Jan ist auch ein kähniger Name. Ne, ich finde, Jan ist nichts gegen, ey, alle Jans da draußen. Das ist ein guter norddeutscher Name, Sascha. Ich finde Jan wirklich schrecklich. Ehrlich? Also streng genommen ist er, durch das Bindestrich heiße ich auch Jan Sascha. Jan Sascha. Aber auch so, musst du dann noch so sprechen, Jan Sascha. Genau. Es gibt zwei Leute, die mich so nennen, das ist einmal mein Bruder und einmal meine Tante. Einen Halbbruder, ja. Ich wusste immer nur von der Schwester. Ja, dann guck dir die Bergsteiger-Folge in Andorra an, da siehst du ihn. Ehrlich, ist er da? Ja. Seht er die ähnlich? Ich würde nein sagen. Also erkennt man, dass ihr Brüder seid? Ne, jetzt mittlerweile sagt meine Familie, umso älter ich werde, desto mehr sieht man's. Ja, okay. Aber du weißt ja, wie es ist, man sagt nie so, yo, ich seh so ähnlich aus. Genauso wie wenn einer sagt, guck mal, der schickt dir jemand ein Profil oder irgendjemand. Hast du mal ein Bild von meinem Bruder gesehen? Ich zeig dir immer ein Bild, der sieht auch nicht aus wie ich. Ne. Also so, beziehungsweise man sagt, alle sagen immer, okay, man sieht eine Ähnlichkeit, aber der ist ganz anders als ich. Hab ich schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Oder auch in der Offline, ehrlich, mein Bruder ist 1,93. Ja, ciao. So, bei mir ist nichts angekommen. Bei mir ist 1,75. Ne, mein Bruder hat auch blaue Augen. Wie mein Vater, meine Schwester hat auch blaue Augen, ich hab grüne. Mein Bruder hat nicht so eine hohe Stirn, das hab ich alles von Großeltern. Wie steht's mit den Haaren bei deinem Bruder? Ja, geschuldet von einer Krankheit ein bisschen weniger. Nächstes Thema. Spitzname. Was für ein Saschi? Kein Spitzname. Ich hab, mein Vater hat einen Spitzname für mich, aber den würde ich jetzt hier gerne nicht erwähnen. Okay. Oh, ich würde gerne wissen. Kannst du piepen? Oh, wir müssen so viel piepen. Ja, komm, sag. Er nennt mich immer ***. Okay, ich würde den auch nicht verraten. Ja. Ja. Da fühlt man sich mit mittlerweile 29 auch wirklich wieder wie mit 8, Alter. Das ist echt krass. Überleg mal, du bist im, ich bin zu Hause und dein Vater brüllt den Namen einfach durchs Haus. Das ist ja vollkommen krass. Ey, ich würde meinen Vater wirklich, ich würde ihm was erzählen, wenn er mich so nennen würde. Ja. Weil ich ja auch zum Beispiel nicht so heiß, aber trotzdem. Sie kämen gerade auf dich geschnitten, oder? Ja, ja. Ja, klar, natürlich. So nennt man dich am besten, wenn man dich jetzt so auf der Straße anspricht. Sascha einfach, Sascha. Yo, Sascha, ja. Sascha, grüß dich, ja. Machen wir so. Wann hast du Geburtstag? Du hattest vor kurzem Ersten. Scheiße. Ja, 27.1. 27.1. Kevin hat doch auch irgendwie jetzt gehabt. Vor kurzem. Ich glaube vor. Ich glaube, 21. Ich bin der beste Freund einfach. Was ist das für ein Sternzeichen? Wassermann. Wassermann. Stabil. Hast du eine Lieblingsbeleidigung? Du bist eigentlich keiner, der so viel beleidigt, ne? Du bist so ein, er ist so ein friedlicher Typ. Ja. Aber wenn es mal dazu kommt, im seltensten Ausnahmefall. Wenn du dich dazu hinreißen lässt, mal eine Beleidigung rauszudrücken, was wäre es. Idiot. Das ist ja ultra, das ist ja wie blöd, Mann. Ja. Nämlich. Aber es ist gut. Es ist süß. Du Idiot, lässt du mich so sagen, weißt du? Du Idiot. Das ist eigentlich, wenn man so, das klingt wie, 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 so eine Mit-40-Ulrike, die halt einfach ihren Mann rausschmeißt. Oder du, Inscope21. Oh, das ist fies. Übertreib doch nicht direkt. Hast du ein geimes Talent? Was keiner weiß? Was keiner weiß? Doch. Muss doch was sein. Ich glaube nicht. Echt nicht? Nee. Irgendwas, irgendwas so, wo du sagst, so. Aber das ist auch eine Frage, wenn ich jetzt ja sage, dann. Ich kann so random stehen. Ich kann so. Das kann ich. Aber das bringt nichts. Das ist Quatsch, weißt du? Ja, das bringt nichts. Du kannst irgendwie so Quatsch. Ich würde sagen, nein. Aber wenn ich es ja jetzt ja auch ja sagen würde, dann könnte ich es ja auch nicht sagen. Das müsste ja immer noch geheim bleiben. Okay, Sascha. So funktioniert das Format aber nicht. Was war dir mal richtig unangenehm? Toilette verstopft. Eben Elternhaus der Ex-Freundin. Katastrophe, Horror. Zur Weihnachtszeit auch noch. Zur Weihnachtszeit? Ja, in der Dreiviertelstunde war ich weg vom Tisch. Das war wirklich ein Kampf. Ich wäre sogar fast übers Fenster geflüchtet. Sascha. Ich stelle es mir wirklich schlimm vor. Toilette verstopft ist mir aber, glaube ich, zum Glück noch nicht passiert. Habe ja auch irgendwie gefühlt, nie eine Freundin. So, hast du eine komische Angewohnheit? Wie bitte? Ob du eine komische Angewohnheit hast? So Marotten. Keine Ahnung. Popeln. Irgendwie furzen. Mit den Fingern wackeln. Dornen drehen. Ich glaube, komische Angewohnheit ist, ich muss immer alles, auch beim Kochen, wenn ich mal koche oder wenn was auf dem Tisch liegt und fertig ist und man eigentlich, und vielleicht noch jemand anderes am Essen ist, ich muss immer direkt abräumen. Auch beim Kochen, ich mache immer alles direkt sauber. Du bist ein sehr ordentlicher Typ, ne? Ja, jetzt hier sind ein paar Kartons und so, ne? Ja. Wegen Post, aber... Ey, ganz ehrlich, bei mir sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Wenn du da hoch... Frag Shorty, bei mir sieht es aus wie Hempel. Ja, wenn du bei mir hochgehst, in dem zweiten Bereich, da hast du die Bombe eingeschlagen. Ehrlich? Ja, das ist mein Lager. Ja, das sieht doch noch... Ich habe auch nicht wirklich ein kleines... Von wie sieht es auch okay aus? Ja, naja, ich von hier... Aber wenn du jetzt, wenn Shorty kann gucken, über die Spiegelung, dann siehst du, dass oben schon ein paar Kartons und so sind. Also da ist bei mir so der Friedhof für viele Sachen und da ich keinen Kleiderschrank habe, ist da oben wahnsinnig viel Kleidung. Ah, da liegt der ganze Kram. Ja, da ist auch mal ein offener Koffer mit Klamotten und so drin. Ja, das ist auch praktisch. Ganz ehrlich, würde ich genauso machen. Ja. Finde ich gut. Und es muss immer gut riechen. Angewohnheit ist... Es ist fantastisch hier. Du hast dir so Kerzen angehabt. Es muss immer gut riechen. Geil. Ja, hinten eine Kerze, hier eine Kerze. Im Bad brennt eine Kerze. Im großen Gäste-WC ist so ein Duft-Ding und im Schlafzimmer brennt auch immer eine Kerze. Super. Super. Man muss auch mal lüften. Und auch die Riesenkerze. Die haben wir einmal angemacht und da haben wir gemerkt, das ist eine Stichflamme. Müssten wir da ausmachen. Oh mein Gott. Ich erinnere mich sogar noch dran. Die hast du ja immer noch. Ja, krass. Ja, klar. Digga. Die Riesenkerze. Ja, ich habe wahrscheinlich viele komische Angewohnheiten, aber das ist auch so wie mit dem Talent. Das sind Dinge, die fallen dir nicht... Die gehen unter. Ja, das sind alles Dinge, die fallen dir ja selber nicht auf, sondern den Menschen, mit denen du bist. Krass, ey. Ja, mir fällt jetzt bei dir nichts ein, was irgendwie komisch ist. Aber wir nehmen einfach dieses Putz-Ding, das ist gut. Ja, und ganz wichtig, ich weiß nicht, wie fasst du, wenn du unterwegs bist, wenn du einen Korp hast im Rehweh, nimmst du den mit der Hand oder wie öffnest du die Türen zum Beispiel? Weil ich... Das klingt jetzt richtig eitel, dafür schäme ich mich auch, aber immer ein Kleidungsstück dazwischen, so textil noch. Ehrlich? Ich fasse nichts an. Ich packe da ran, ich packe da ran, ich lecke einmal drüber. Deswegen, wenn ich krank werde, dann auch immer direkt mit 40 Grad Fieber. Und guck mal, das ist jetzt nämlich der Hack. Ja, ganz ehrlich, Keime vermeiden, schön und gut. Ich mach's nie. Ich mach's nie, bin nie krank. Bin immer gesund. Und noch ein Gamechanger ist, als Mann wäschst du ja die Hände, nachdem du auf dem Klo warst. Davor? Ich mach's davor. Ist viel smarter. Also ich mach immer davor und danach, weil du packst dir einen Lümmel dran. Genau. Da warst du ja sonst überall Türklinken, dies, das. Genau, genau. Möglicherweise hat Sascha die Hände geschüttelt. Das ist ja wirklich, dann kommt alles aufeinander. Was findest du richtig scheiße? Mensch. Was ich richtig blöd finde, richtig scheiße. Ja, das ist richtig, wo ist das? Das ist Kacke. Finanzamt, Briefkästen. Ich glaube, Finanzamt ist sogar mitunter die am häufigsten gegebene Antwort. Ja. Neben Henke ist das die am meisten. Naja, ich gehe jetzt hier, nachdem wir jetzt aufgenommen haben, also gleich treffe ich mich mit dem Steuerberater. Morgen Steuerprüfung, vier Männer bei mir zu Hause. Das Herzblut. Da geht richtig was. Da musst du es noch nicht machen. Ich habe mir auch sagen lassen, da sind zwei frisch, fertig, ausgebildete dabei. Da freue ich mich noch mehr drauf. Die kleinen Bluthunde, die haben Bock. Ja, die haben Bock. Ne, ist okay, ich unterhalte mich mit denen. Dann sollen die halt irgendwas finden oder dann reden wir einfach über gewisse Dinge. Aber ansonsten finde ich Briefkästen noch blöd. Ich hasse Briefe. Ich finde, es sollte alles viel mehr über Mailverkehr laufen. Eine E-Mail ist einfach tausendmal geiler als ein Briefkasten. Ich sage dir ehrlich, was ich am meisten fühle, bist du unterwegs, kommst nach Hause. Briefkasten auf, ist leer. Bestes Gefühl. Ja, ist bei mir nicht. Da findet sich immer irgendeine Firma. Auch da hier immer Tierschutz, ein Abonnement abgeschlossen. Mensch. Da geht ein Zehner irgendwie im Monat weg, auf einmal öffnest du einen Briefkasten und wirst so erinnert. Ah, das stimmt, das läuft ja noch ein Jahr. Oder jetzt mittlerweile drei Jahre. Sowas natürlich. Was finde ich noch blöd? Gesprochen jetzt nicht für mich, weil ich ja das Privileg habe von einem Firmenwagen. Ich finde die Deutsche Bahn uncool. So, ich würde viel lieber öfter mal mit dem Zug fahren. Aber jedes Mal, wenn ich mit dem Zug fahre, ist irgendwas. Hackmack, heute auch wieder. Ja, hier mal. Adressiert. Shorty kam zu spät, weil wieder eine Stunde Verspätung war. Bezahlt eure Leute ordentlich. Ich sage es dir, wie es ist. So, was magst du richtig gerne? Mit schönen Sachen mal weitermachen. Musik. So passende Musik zu manchen, also als die ja reinkam. Die kam rein. Hit the road, Jack. Ja, geil. So Musik mag ich gerne. Lionel Richie. Ja, ich mag es, wenn du auf dem Klo bist und Toilettenpapier, weil es ist halt frisch. Also eine dicke Rolle, eine ganz frische. Okay, ja, kurz ein kurz hingeht, ja. Die du neu anbrichst, das mag ich. Ich liebe Parfüm, dementsprechend liebe ich auch Marc Gebauer, weil der immer auch Parfüm durch sein mag, wenn du das siehst, du bist eigentlich wirklich krass. Ja, ich mag Freunde, meine Familie sehr, meine Schwester. Super. Ja, Hunde sind okay, aber nicht der Hund von meinen Eltern, beziehungsweise von meiner Schwester. Ich bin mir sicher, der ist schizophren. Ja. Das ist kein Scherz. Okay. Der hat zwei Persönlichkeiten. Hat er einen am Helm irgendwie? Voll. Okay. Was ist für ein Hund? Ein Toypudel. Du kannst den streicheln, im nächsten Moment will der dir deine Hand abbeißen. Das macht alles keinen Sinn. Ja. Völlig krank. Dann mag ich noch Berge, Skifahren. Ich mag aber auch Sonne und Strand, aber ich würde immer Berge vorziehen. Stuttgart. Hamburg ist okay. Da windet es immer so sehr. Stuttgart finde ich auch cool. Ich mag noch pünktliche Flüge. Ja. Geld. Geld? Geld, das pünktlich kommt. Das ist ja bei uns jetzt. Das ist auch egal. Ne, im Sinne von pünktlich und Geld in unserer Branche ist ja nicht so. Ne, das können wir vergessen. Aber wenn es kommt, dann gut. Ja. Ich habe zeitweise mal für Flo Thumbnails gemacht. Geil. Ich sage dir ehrlich, Flo, super Kunde. Hat immer pünktlich gezahlt. Ja, aber das... Ich habe Rechnung gestellt, zack war schon drauf. Echt zählüber. Du meinst Vario, ne? Ja, ja. Ja, aber das ist auch jemand und das ist der große Unterschied und das wirst du immer merken in der Branche vor allem, ob Leute davor schon eine Ausbildung gemacht haben oder gearbeitet haben generell oder halt von der Schule kommen und von der Schule aus dann erfolgreich wurden. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist auch so. Aber das kannst du ja auch niemandem übel nehmen. Nö. Die Selbstständigkeit, die wir haben, das ist ja das Dumme an dem Beruf auch. Ein Stück weit muss sich alles um dich drehen, weil du selber musst dir am wichtigsten sein, weil nur so kannst du entweder dauerhaft streamen oder die Videos machen. Ja, das ist ja der Punkt. Das steht ja und fällt ja alles mit dir. Genau. Und deswegen, wem willst du das übel nehmen? So kannst du nicht. Wenn Lazo dir jetzt da mal drei Tage nicht antwortet, sei es drum. Ich sage immer, wenn was ist, dringend ruf an. Ja, voll. Es gibt nicht viele, aber Flo ist ja zuverlässig. Justin Peso ist einer der krassesten auch. Ja. Immer on time. Ist wahnsinnig zuverlässig. Habe ich auch von meinem Management gehört, dass der halt wirklich, wirklich krass ist. Mit dem zusammenzuarbeiten macht auch Spaß. Es gibt ja auch Creator, die sind wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, da denkt sich das Management oder die Firma, boah. Wie geht das? Ja, bei mir zum Beispiel bestimmt schon vorgekommen. Hier, Placement war wieder um eine Woche verschoben. Ich sage ehrlich, Funk, tut mir leid, aber bei mir auch manchmal. Ich bin auch eine kleine Schnuffelmaus, was das angeht. Was hörst du, was ist gerade so ein Song, der bei dir richtig, wo du sagst, boah, das ist gerade ein Hit? Gerade ein Lieblingssong, einen akuten. Ich glaube, Post Malone mit Saint-Tropez und Something Real. Das ist auch sehr krass. Aber ich höre auch gerade so altes Zeug. Ich brauche einen speziellen. Einen speziellen? Warte. Ja. Nimm. Einfach irgendeinen. Ja? Ja. Nee, dann nehme ich Something Real von Post Malone. Something Real von Post Malone. Fangen wir mal rein. Was war deine Abinote? Abischnitt? 3,4. Das war scheiße, Sascha. Ich stand vor dem Abitur auf 2,7 und dann bin ich mit 102 Punkten gerade so durchgeschlittert. Ah, stark, stark. Ja, aber wenn du in den Fächern das Abitur schreibst, in denen ich das geschrieben habe, dann weißt du auch, der Zug ist abgefahren. Ich hatte ja IT, weil ich auf dem IT-Gymnasium war, weil ich einfach am Zocken war und ich dachte so, das ist auch nochmal wichtig an alle, die jung sind und denken, ja, ich bin Zocker, ich gehe auf die IT-Schule. Lass es. Am Arsch. Geh aufs Wirtschaftsgymnasium. Nee, auch nicht. War ich, ist scheiße. Doch. Okay. Was für ein Gymnasium denn sonst? Sozialpädagogik. Ja. Und dann sitzt du hier, hast deinen Namen und danach das Wort Korne, Alter. Nee, ich empfehle wirklich das Wirtschaftsgymnasium, da bist du noch nah am Leben dran. Ich hatte mein Abitur in IT. Ist es useful auf jeden Fall? Das stimmt. Ist es useful? Ja, voll für voll. Stimmt eigentlich, ja. Ja, mega. Ich glaube auch, wenn du jetzt den Weg einschlägst, da brauchst du glaube ich auch eine gute Note leider, wenn du jetzt so Psychologe wirst in unserer Generation und die da danach kommt. Ich sag dir ehrlich, ich sag dir ehrlich, ist wie Bestatter. Geht dir die Kundschaft nicht aus. Das stimmt, ja. Ja. Traurigerweise. Ja, pass auf, ich will dir noch die Fächer geben. Ja. IT. Mathe. Ja, klar. Deutsch. Ja. Und dann war ich so blöd, anstatt dass ich einfach Englisch nehme, weil mein Englisch war noch wirklich gut, ich konnte sogar Englisch gut schreiben. Sag's nicht, Sascha. Und ich hatte keine Fehler drin. Sag's nicht. Ich habe mich für Religion entschieden. Und das ist krass. Weil ich dachte, nee, ich werde das schon rocken können, weil Religion bin ich jetzt nicht so, das ist mir nicht fremd. Ja. Alter, ich bin da so dermaßen schlecht gewesen. Ich glaube, Mathe fünf Notenpunkte. Und ich habe Mathe noch abgegeben. Ich dachte so, Alter, es wären mindestens acht, fünf Notenpunkte. Mathe, äh, Mathe fünf. Ja. Deutsch fünf Notenpunkte. Mensch. Da war ich auch stinksauer. Ja. IT drei. Religion drei. Ich weiß, was habe ich da so viel falsch geschrieben? Wirklich. So, ich bin, was das alte Testament angeht, bin ich wirklich jetzt nicht, da bin ich ganz gut am Start. Aber, ja, dann hatte ich noch als fünftes Fach das mündliche Sport. Da musste ich auch so einen Cooper-Test machen und dann noch einen Vortrag halten. Und das hat mich dann noch gerettet. Cooper-Test? Ja. Echt? Ja, Cooper-Test habe ich, ich glaube, 13 Notenpunkte gehabt. Mit Rauchelunge wirklich top. Hat er da schon geraucht? Ja, immer voll. Wann hast du angefangen? Wie alt warst du? Ich würde sagen, zwölf? Nein. Siebzehn. Zum siebzehnten Lebensjahr. Ich habe voll spät angefangen. Ja, dumm. 23. Das ist ja das Schlimmste. Aber Freundeskreis, Freundeskreis. Hör auf, Sascha. Ich will das nicht mehr. Da mit 23 Rauchen anfangen? Ja. Ey, das ist so wie ein Marc Eggers, der jetzt sagt, jo, mit 37 mache ich, glaube, nochmal den Autoführerschein. Da kannst du ja jetzt... Machst du das? Okay, alles klar. Ich brauche noch eine finale Weisheit von dir, Sascha. Eine Weisheit an die Welt. Wenn jetzt jeder dich hören könnte, was ja alle tun, weil alle cornerhören. Was würdest du ihm mitgeben? Ja, ich sage da jetzt gar nicht sowas, was unterhaltend ist, sondern wirklich einfach eine Sache. Wir haben auch schon viele ernste Worte hier gekriegt. Auch verbunden mit letztem Jahr, wo vieles schief lief, Verluste von der Familie oder auch in dem Jahr zuvor schon. Und gerade von so einer schlechten Zeit, die ich hatte, weiß ich jetzt die Zeit umso mehr zu schätzen mit Leuten, die ich kennengelernt habe und mit Sachen, die jetzt sich ergeben. Ich glaube, mit guter Geduld können die Dinge schon ziemlich geil werden. Ist natürlich schade, dass ich das nicht mehr meinen Großeltern erzählen kann. Ja. Klar. Aber die sind ja trotzdem so in meinem Herzen. Dementsprechend bei allem, was ich mache oder was ich erleben darf, denke ich ja trotzdem an die. Oder ich glaube, die schauen zu. Die kriegen es schon mit. Ja. Und David, sind wir durch mit deiner Folge, Sascha? Es war richtig geil, ich schwöre dir. Es war richtig cool. Vielen, vielen Dank, Bruder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, wir haben nicht so viel gelacht, oder? Es ging. Aber das darf es auch. Es darf auch mal ein bisschen ernster zu gehen. Wir haben gelacht. Es waren alle Emotionen dabei. Wie so ein gutes Scrubs-Straffel. Ja. Checkst du? Ey, dann Henke und auch Shorty. Shorty. Danke, dass ihr da wart. Ihr wart ja die unkompliziertesten Gäste. Nicht mal einen Kaffee wolltet ihr haben. Ja, gleich. Wir räumen dich wieder ab. Lazo hat da hinten auch noch so eine Don Julio Tequila-Flasche. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich noch anstoßen. Ey, sag mal, Lazo, dass der auch in die Corner muss. Ja, mach ich. Machst du ein kleines Empfehlungsschreiben fertig? Mach ich. Danke dir. Mach ich. Ich küssere, sag Marc auch Bescheid in so Antworten. Ey, weiß ich zu schätzen, dass ihr da wart und zugehört habt. Ey, ich küssere dein Herz. Das war super. Das war fantastisch mit dir. Wenn ihr diesen Podcast gerne auch sehen würdet und ihn gerade nur hört, ja, wir sind auf allen Podcast-Plattformen unterwegs. Spotify, Apple, Amazon, RTL, etc. pp. Schieß mich tot. Überall, wo ihr es hören könnt. Ihr könnt es auch schauen. Nämlich auf YouTube, auf Spotify und in den ARD-ZDF-Mediatheken. Denn wir sind ja unter Funk. Hier sind wir bei der Endcard. Ja, hier kommt ihr zu einem Video von Phil Laude. Ja, wenn Influencer ehrlich wären. Hier kommt ihr zur letzten Corner-Folge. Und wir zwei süßen Mäuse gehen jetzt noch schön in die Sauna. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Euer Henkmann. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Pass ruhig auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.